und starten und nicht mehr bei der OBS. So. Prologzeit. Was wollen wir denn schönes vorbeplänkeln? Jetzt haben wir schon ganz so viel gesprochen. Ja, was gibt es denn da zu beplänkeln? Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe heute, bei mir ist allgemein nicht viel los, weil ich bin berufstätig und Alltag ist Alltag. Ja. Aber ich habe tatsächlich, jetzt doch im Nachhinein fällt mir was ein. Und zwar hatte ich mich die Woche mit einem unterhalten, der war damals in Angola mit dabei. Die DDR hat ja Aufbauhilfe geleistet in Angola. Und der war da mit dabei und hat so ein bisschen erzählt, was die da so gemacht haben. Halt auch Fahrzeugwartung und so weiter. Das war eine absolute Katastrophe. Ja, okay. Ja, so ein paar Geschichten aus Afrika habe ich auch noch im Betto. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kenne nämlich einen, der hat in Mosambik gelebt. Und der hat halt auch erzählt, dass die quasi eine Brauerei da gebaut haben. Für einen ortsässigen Brauer, so eine hochmoderne. Auch DDR-Technik und alles Mögliche. Und die haben die Brauerei quasi einfach alle Maschinen bedient. Und es sind eine Maschine nach der anderen, das ist ausgefallen. Und dann sind die Arbeiter nicht mehr zur Arbeit gekommen, weil die Maschinen nicht gingen. Und die Brauerei war dann einfach tot. Dann haben sie alle Biere rausgeklaut, haben den Hopfen rausgeklaut. Und dann seitdem steht das Ding leer. Mann! Ja, weil die halt einfach... Ja, aber so eine ähnliche Story habe ich auch gehört. Das ist aber ein wiederkehrendes Ding. Das hörst du auch in so ziemlich jeder Dokumentation zu dem Thema. Du hast halt nagelneue W50-LKWs hingeschickt. Und dann war halt der Tank alle, oder die haben das Öl nicht gewechselt. Meistens war der Tank alle, bevor das Öl gewechselt werden musste. Und dann sind die halt hingegangen. Ja, geht nicht. Ja, wieso geht nicht? Ja, ist einfach stehen geblieben. Okay. Wie habt ihr das geschafft? Das wissen wir nicht. Also es gibt da ein Problem, aber wir finden den Fehler nicht so. Und dann haben sie das Ding angemacht, gesehen. Okay, Tankanzeige ist auch eh. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, es ist... Ach, keine Ahnung. Es ist... Also normalerweise würde man denken, ja, das ist volles Vorurteil und so. Aber wie gesagt, der Typ war ja selber aus Mosambik und hat mir das erzählt und meinte halt einfach, sorry. Aber die Leute haben einfach gar keinen Geschäftssinn und haben keinen Sinn dafür, was morgen ist. Das hatte ich dir ja schon mal erzählt. Das war der Typ, der quasi als er zur Armee ging, haben sie gesagt, ja, wann bist du geboren? Ja, als der große Regen da war. Ah ja, okay. Dann wissen wir. Dann muss das 1900 so und so gewesen sein. Weil wir einfach keine Jahre auszahlen können. Nee, das Interessante ist, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet. Ich habe mal so einen interessanten Artikel gelesen. Und zwar ging es da um einen Typen, der war halt auf Missionsarbeit ganz und ganz oft. Also in Afrika, Asien und so weiter. Und sagte, diese interessanteste Erkenntnis, die er so gewonnen hat, hat nicht mal was mit Rassismus zu tun, sondern es ist einfach eine Einteilung oder eine Sache einfach auch des Begreifens. Weil, wie macht sich denn der Mensch verständlich, weil wie macht sich denn der Mensch verständlich verbal hauptsächlich? Und wenn du aber gar nicht, sag ich jetzt mal, wenn du ein Problem hast und du kannst es nicht beschreiben, ist das schon kacke. Also man behilft sich dann mit solchen Ersatzworten wie M oder Dings. So, aber das wiegt ja eine normale Diskussion nicht auf oder ein normales Gespräch nicht auf. Naja, kam dann halt zu der Erkenntnis, hat halt in Afrika gearbeitet und dann so haben sie zu ihm gesagt, wie du kennst nicht jedes Wort in deiner Sprache, weil er ein Wörterbuch mit hatte für Englisch. Du sagst ja, wie, du kennst nicht jedes Wort in deiner Sprache. Nee, das geht nicht. So, Englisch hat mehrere Millionen Worte und auch noch jedes Wort hat eine unterschiedliche Bedeutung teilweise. Ja. Und dann, ja, wir kennen jedes Wort in unserer Sprache. Ja, und wir haben so einen Wortschatz von 50.000 Worten. So, das reicht nicht. Das reicht absolut nicht. Ich finde, ich sag mal, das mag vielleicht in den Zeiten, wo das noch so stammesmäßig war, vielleicht so, ja, sag ich mal, vielleicht auch noch Feudalzeit, Alter, in Europa, wäre das vielleicht noch gegangen. Aber ich sag mal, in der heutigen, hochmodernen Zeit reicht das halt nicht. 50.000 Worte reicht nicht. Ich glaube, 50.000 Worte, was hatten sie gesagt, war irgendwie Schulkind. Krass. Also so erste Klasse. Ja, ja, ja. Jetzt erklären wir mal mit den Worten von dem Erstklasser, wie Quantenphysik funktioniert. Ja, ja. Das geht nicht. So, das ist nicht mal, nicht, weil sie es nicht können oder weil die irgendwie dumm sind, sondern die haben einfach die Worte nicht dafür. Mhm. Das finde ich eine mega interessante Theorie, die er da aufgeworfen hat. Weil wie willst du denn jemandem erklären, was dein Problem ist, wenn du es ihm nicht mal erklären kannst? Weil du überhaupt nicht weißt, wie. Weil du nicht nicht zu blöd bist, sondern weil du einfach nicht die Worte dafür hast. Wenn du kein Wort verhalb hoch hast. Naja. So Mitte, das Konzept von Mitte ist schon zu hoch. Ja, ja. Oder existiert einfach nicht. Ja, also dieses, entweder du kletterst auf den Baum oder du kletterst nicht auf den Baum. Aber es geht nicht so, ich bin jetzt hier so halb auf dem Baum. Es geht nicht, so ganz oder gar nicht. Ja. Ich meine, ich stelle mir das gerade vorzustellen, aber das ist wahrscheinlich das Gleiche, wie wir kein Wort dafür haben, dass wenn wir, wenn wir gegessen haben, sind wir satt, aber es gibt kein Wort, wenn du getrunken hast und du bist befriedigt. Nein, du hast dich halt satt getrunken. Aber das ist ja nicht das offizielle Wort dafür, da gibt es einfach kein Wort für. Du brauchst ja wieder satt getrunken. Bei satt weißt du sofort, okay, ich bin satt, Hunger, alles klar, gestillt. Ja, aber du siehst es ja auch, deswegen haben wir ja Lehensworte. Deswegen haben wir ja Lehensworte. Mein persönlicher Favorit im Englischen ist ja Weltschmerz. Ja. Weltschmerz, das ist ein deutsches Konzept, das kennen die Briten wieder nicht, die Amerikaner auch nicht. Weltschmerz. Weltschmerzheimweh. Ja. Wie viel, wir Deutschen haben kein Wort für satt, aber wir können so Sachen beschreiben, da hat sich überhaupt noch keiner Gedanken drüber gemacht, dass es dafür ein Wort gibt. Und ich meine, die Finnen waren das, die haben sogar ein Wort dafür, dass man sich in Unterhose alleine betrinkt. Ja, sehr geil. Das finde ich nicht im Japanischen geil, die haben super viele Beschreibungen. Wenn du eine bestimmte Person bist, auf die dich bestimmter Art verhältst, dann kriegst du so ein Eigenschaftswort. Er ist ein... Die haben ja zum Beispiel, es gibt ja auch so ein Wort für die Leute, die zum Beispiel, das ist das bekannteste wahrscheinlich, für Leute, die sich zu Hause einschließen und eine Sozialphobie haben und sich nicht mehr raustrauen, das sind die Hikikomori. Du bist einfach ein Hikikomori und jeder weiß, okay, ah, so das ist Hikikomori. Ah, hei, hei. Das ist einfach so ein Phänomen in Japan, das gibt es halt einfach. Und so hast du halt quasi für alles eine Beschreibung. Wenn du denn ein ausgestiegener Yakuza bist, hast du ein Wort. Wenn du ein Geschäftsmann bist, der von 9 bis 15 Uhr immer nur arbeitet und nicht wirklich 80 Stunden die Woche durchpowert, sondern nur 40 Stunden hast du ein Wort dafür. Finde ich ganz interessant. Das ist eine Gesellschaft, dass die wirklich so, das alles so krass beschreibt. Ja, du hast aber auch bei den Japanern, es gibt halt so soziale Sachen, die kannst du einfach nicht beschreiben, weil, okay, wer macht sowas, so sich selber zu Tode arbeiten und all so eine Dinger. Ja, also die haben ja ein Wort dafür, wenn sich jetzt einer wegen Überarbeitung irgendwie aus dem Fenster schmeißt oder so. Okay, ja, das ist oddly specific. Ja. Ah, hi, ich muss kurz überprüfen. Hi, Devin. Auch hier, nice. Er war nämlich gestern im Stream und hat erzählt, dass er neuneinhalb Jahre schon bei PW dabei ist. Und dann habe ich erzählt, dass ich das hier mache als Werderblog. Und dann habe ich erzählt, ja, wo kann man das denn hören? Habe ich den Link genannt. Herzlich willkommen. Ja, eine Sache wollte ich noch erzählen. Wir haben ja mal gesagt, dass wir auf jeden Fall auch noch mal über Yakuza und Triaden und Mafia und sowas reden wollen. Und die Koschanostra. Die Koschanostra. Und ich habe schon angefangen, über die Yakuza zu recherchieren. Und dann gibt es einen Vorfall, der ist halt so scheiße witzig. Da gab es einen Yakuza-Boss. Und ich glaube, der ist halt irgendwie so ein bisschen rausgegangen aus dem Game. Und der hatte aber noch Feinde. Und einer von den Feinden, das war so in den 70er, 80er Jahren, der hat ein Flugzeug gechartert. Und ist quasi kamikaze-mäßig in sein Haus geflogen. Diese verdammten verrückten Männer. Ich wusste so abweilen. Aber der Boss hat das überlebt. Aber da dachte ich mir halt, sorry, wie krass bist du eigentlich, dass du kamikaze-mäßig in ein Haus fliegst, um einen Yakuza-Boss umzubringen. Und was mir aber auch mal so einfällt, so kamikaze haben die da ja gar nicht so gesagt, ne? Doch, hießen die nicht kamikaze? Und das heißt irgendwie ... Äh, T ... Oder nee, also ... Tena Yusikai oder irgendwie so. Also selbst auf Opferungsgeschwader. Aber hieß das nicht auch irgendwie das ... Nee, kamikaze heißt, glaube ich, das fallende Kirschblatt oder sowas? Nee, kamikaze heißt Götterwind. Götterwind. Wie hießen denn die Typen, die dieses fallende Kirschblatt, da gab es doch auch diese Bezeichnung. Müssen wir auch noch mal recherchieren. Ja, das sind ja diese ... Ich glaube, waren das nicht die Typen mit den U-Booten? Die gab es auch, ja. Die mit den Ein-Mann-U-Booten und dann ... Hast du diese Kampftaucher-Doktrinen gesehen, die sie durchziehen wollten, wenn Japan richtig angegriffen wird? Nee. Was war das? Die haben halt gesagt, okay, du kriegst jetzt so einen altmodischen Taucheranzug, wo du noch so Luft reinpumpen musst. Und dann wartest du da halt an der Küste, bis da irgendwie ein Landungsboot vorbeikommt. Jetzt hast du hier so eine ... Kriegst du hier so eine Bambusstange, da ist vorne eine Haftohlladung dran und dann geht das los. Alter. Okay. Also quasi wie dieses erste konföderierte U-Boot. Ja, ja. Naja, vielleicht nochmal das letzte Ding im Prolog, dann können wir ja starten so langsam. Ich hatte aber irgendwie, es gibt ja so Schätzungen, die man bei Wikipedia und auch überall anders findet, dass wie hoch die Verluste gewesen wären, wenn die Amerikaner die japanische Heimatinsel gestürmt hätten, das Festland. Die waren ja astronomisch, irgendwie 200.000 Tote und hier und da, ne? Aber Tag 1. Ja, ja, aber da gab es dann quasi nochmal, das war quasi die erste Einschätzung, daraufhin haben sie gesagt, nee, okay, machen wir nicht, wir werfen Atombomben, vielleicht um auch Sowjetunion zu beeindrucken und so. Aber letzten Endes haben die dann später nochmal eine Analyse durchgeführt und dann waren die Verluste ultra viel geringer, weil die gesagt haben, naja, wir haben trotzdem hier wirklich kampferprobte Truppen, die kämpfen zwar gegen die Bevölkerung, aber das sind ja unausgebildete Leute, teilweise mit Bambusspießen, wir hätten die halt alle niedergemäht, das wäre so schlimm gewesen. Die Verluste wären krass gewesen, aber für die Japaner. Wahrscheinlich die 20 oder ein Zehntel der Bevölkerung wäre wahrscheinlich dabei draufgegangen. Nee, die haben gesagt jeder. Also das war ja geplant als Opfergang der 100 Millionen, die sind davon ausgegangen, keiner kommt ihr Leben draus. Das ist geisteskrank. Na gut, dann würde ich sagen, lass uns mal... Die waren richtig dedicated, die hatten richtig Bock. Die waren krass drauf, ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem neuen Stream. Und zwar heute eine reguläre Folge Don't Forget History im History Podcast. Und heute geht es um einige Mythen des Zweiten Weltkrieges. Und der Marvin wollte mir jetzt erstmal erzählen und euch auch, warum er überhaupt auf dieses Thema gekommen ist. Das war nämlich seine Idee. Ja, und zwar, ihr kennt ja alle so, man scrollt so durch YouTube, durch die Startseite. Das kennst du bestimmt auch. Und da gibt es ja so verschiedene Polls von irgendwelchen Typen, wo du vielleicht mal einen YouTube Short oder so von gesehen hast, die du jetzt aber nicht unbedingt abonniert hast. Oder du kriegst einfach mal irgendwie so eine random Umfrage reingeschmissen. Ja. Auch von irgendwelchen Leuten, mit denen du vorher nichts zu tun hattest. So, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kanal hieß, glaube ich, irgendwie History of War oder History at War oder irgendwie sowas. Und der hat dann gefragt, so, was war dann das größte oder der größte Fehler der Deutschen im Zweiten Weltkriege, weil er darüber ein Video machen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, liest du dir mal die Kommentare durch. Gott, bin ich mitgewonnen. Oh, habe ich gedacht, nein. So, ja, die hätten die Sowjetunion niemals angreifen sollen und kein Zwei-Fronten-Krieg und die hätten die Briten dann kürzlich einfach davon kommen lassen sollen. Und da habe ich mir gedacht, oh, es boomert wieder sehr. Weil, gehe ich auch nachher nochmal drauf ein, eigentlich jetzt schon, also das ist halt dieses Nachkriegsnarrativ, was halt gepusht wurde, gerade von Leuten wie Halder. Du müsstest euch vorstellen, du hast nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird ja immer gesagt, der Sieger schreibt die Geschichte, im Fall des Zweiten Weltkriegs ist das nicht ganz richtig. Weil gerade die Amerikaner hatten keine Ahnung, wie der Krieg war in der Ostfront. Hatten die überhaupt keinen Plan drüber. So im Großen und Ganzen nicht. Die hatten zwar auch ihre Leute da, Militärattachés, Berater, sonstiges. Aber wie das jetzt gelaufen ist gegen die Deutschen und wer da wirklich jetzt wen platt gemacht hat. Also natürlich, am Ende haben die Sowjets gewonnen, logischerweise. Aber wie das jetzt operativ gelaufen ist und welche operativen Fehler oder welche taktischen Fehler da gemacht wurden. Keine Ahnung, Alter, erzähl du uns das. Du warst doch da, oder nicht? Mit den Sowjets haben sie ja nicht geredet. Nee, nachher nicht mehr. Nachher sowieso nicht. Und die Sowjets werden dir den Teufel tun und die erzählen, dass sie zum 41 richtig aufs Restbrett gekriegt haben. Na, dann würde ich sagen. So, und dann, ja, Entschuldigung, ich muss dich da noch mal kurz abschneiden. Und dann habe ich, wie gesagt, da war ich richtig matt. Da war ich matt wie 10 Meter Fleischtheke. Da habe ich Johnny erst mal angeschrieben. Ich sage, wir machen ein Video. Die Mythen zum Zweiten, die größten Mythen zum Zweiten Weltkrieg. Und wenn ich das Freitag allein mache, wir machen das. Und jetzt sind wir hier. Genau. So würde ich sagen, dann starten wir mit dem Intro und dann geht's los. Nach langer Zeit mal wieder das alte Intro. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch direkt rein. Du hast ja schon angefangen mit Dülenkirchen und hast gesagt, das war schon eine der Mythen, die du gehört hast. Dann erzähl uns mal. Und ich, also ich weiß nicht genau, was Marvin euch jetzt erzählt. Vielleicht diskutieren wir auch ein kleines bisschen zu jedem Thema. Jeder hat so ein paar Mythen vorab sich rausgesucht und hat gesagt, dazu kann ich was erzählen. Und dann diskutieren wir einfach ein bisschen darüber und nehmen das ein bisschen auseinander, was es da so für Theorien gibt und was die Allgemeinheit vielleicht so, was man so denkt, was der Mainstream darüber denkt. Also Frankreich-Feldzug, natürlich einer, ich glaube sogar mit der letzte Blitzkrieg. Das war ja Fall Weiß, Fall Rot, glaube ich, war Dings, Nenemark, Norwegen. Und Fall Gelb. Fall Gelb. Ja, und Fall Gelb. Und war ja, wie gesagt, ein Blitzkrieg. Die Franzosen, also man hatte schon damit gerechnet, dass die Deutschen die Maginot-Linie umgehen würden. Das war eingeplant, das war gewollt. Weil wo hört die Maginot-Linie auf? An der belgischen Grenze. Also es ist nicht unser Problem, sondern Belgiens. Man guckt sich die momentane Position der französischen Atomreaktoren an, dann wisst ihr, was ich meine. Muss man mal gucken, die sind halt legit genau an der Grenze. Also man ist halt davon ausgegangen, okay, die laufen um die Maginot-Linie herum und wir kämpfen dann in Belgien. Fast so wie im Ersten Weltkrieg, Flandernschlacht. Und wir schicken da unsere mechanisierten Truppen hin, unsere gepanzerten und mechanisierten Verbände und dann machen wir einen kurzen Prozess mit denen. So, und dann ist der Lack fertig. Dem ist nicht so gekommen und tatsächlich ist es so gewesen, dass die britische und die französische Armee sich so schnell in ihre Bestandteile aufgelöst haben, dass die Deutschen zu schnell vorgerückt sind. Man war überrascht, wie schnell man vorrücken konnte, ohne wirklich auf Widerstand zu stoßen. Gerade die gepanzerten Verbände haben einfach, die haben Donuts gefahren um die Alliierten herum und sind halt unwahrscheinlich schnell vorgestoßen und die Infanterie kam nicht hinterher. Man ist halt davon ausgegangen, es würde eine, vielleicht sogar mehrere Entscheidungsschlachten geben und zumindest Paris würde verteidigt werden. Deswegen ein kleiner, kleiner Side-Fact hier. Es wird ja immer gesagt, Pavlovs Haus hätte mehr deutsche Opfer gefordert als die Eroberung von Paris. In Paris ist nicht ein deutscher Soldat gefallen, weil Paris ist kampflos erobert worden. Durch zur offenen Stadt erklärt worden, ne? Ja. Und wie gesagt, die britischen Truppen waren komplett überwältigt, weil die halt gedacht haben, okay, oh fuck, die sind ja dann durch die Adennen gefahren. Und das war aber nicht vorgesehen, weil, wie gesagt, also das ist ja populär und auch, ich glaube, mainstream-mäßig anerkannt. Niemand hat gerechnet, dass die durch die Adennen gehen, weil das halt als unpassierbar galt für gepanzerte Verbände. So, Ende vom Lied, Sichelschnitt. Und wir beginnen jetzt quasi, wir haben die britischen Expeditionstruppen, sind im Kessel, nämlich in dem beginnenden Kessel von Nuenkirchen. Die werden halt Richtung Meer gedrückt von den gepanzerten deutschen Verbänden. Jetzt ist aber das Problem, ich habe es ja eben angesprochen, die Wehrmacht ist viel zu schnell vorgerückt, also die Panzerverbände der Wehrmacht. Denn, was ist das große Problem im Zweiten Weltkrieg, was immer gerne übersehen wurde? Die deutsche Armee ist nicht in der Hauptsache mechanisiert gewesen, ist nicht mal in der Hauptsache motorisiert gewesen. Sondern der größte Teil war halt Infanterie. Infanterie und bespannte Einheiten. Und das ist das große Problem, man hat halt den Briten bei Nuenkirchen alles entgegengeschmissen, was man konnte, aber es fehlte die Infanterie, um die Rearguard, also die Nachhut zu durchbrechen, die von Eliteverbänden der britischen Armee gehalten wurde. Ich glaube, Welch Fusiliers waren mit dabei. Also wirkliche Eliteverbände der britischen Armee, die auch gesagt haben, ja, wir machen hier den Opfergang, wir machen hier die Thermopylen. Wir haben da nicht so wirklich Bock drauf, aber es muss halt sein. Und Göring hat halt gesagt, ja, dann machen wir das aus der Luft, weil ich kann das, meine Luftwaffe kann das. Wir kriegen das schon irgendwie hin, wir kriegen die schon mürbe. Man hat halt Artillerie, Luftangriffe, also schon, was man hatte, hat man denen entgegengeworfen. Und man hat auch versucht, diese Nachhutverbände anzugreifen und zu durchbrechen. Und gerade die Franzosen haben sich da mächtig drin verbissen. Ja, das wird oft ein bisschen übersehen, weil die Franzosen als Feiglinge dargestellt werden, aber die haben sich hier und da schon echt ordentlich zur Wehr gesetzt. Ja, also verbissen kämpfende Einheiten waren das. Und nun war aber das Problem, dass man befürchtete, dass die Panzerverbände, die ja recht exponiert standen, dass die eingekesselt und vernichtet würden. Dass man quasi diesen Kessel, den man jetzt gezogen hat, um die britischen Expeditionstruppen, dass quasi weitere Verbände rangeführt werden von Süden aus und dass man quasi selber eingekesselt wird. Dass der Flankierer flankiert wird. Exakt. Und das war halt die große Befürchtung. Und deswegen hat man den Panzerverbänden erst mal befohlen, zu bleiben, wo sie sind. Macht jetzt erst mal nichts. Wir schicken erst mal Infanterie, weil ohne Infanterie wird das hier nichts. Wir haben niemanden, der euch sichern kann. Und zwischen euch und den nächsten deutschen Infanterieverbänden sind 200 Kilometer. Wir schicken die in Eilmärschen ran, aber irgendwann ist es auch gut. Du kannst halt einen Panzermotor wesentlich länger laufen lassen, als ein Infanterist laufen kann. Und das sind die weitesten deutschen Einheiten, deutschen Infanterieinheiten. Das waren 200 Kilometer weg. Das ist schon, bis dann das Gros nachgekommen ist, dann sind wir so bei 250, 300 Kilometern. Und das Ding ist ja, also da gibt es ja jetzt verschiedene Theorien, warum die Panzer gestoppt wurden. Meines Wissens nach. Ja, es gibt verschiedene Theorien, aber die Hauptsache, und was ich auch... Und das Mythos ist quasi, dass Hitler gesagt hat, die Panzer sollen anhalten, weil er quasi Verhandlungen aufnehmen wollte mit Großbritannien. Und wenn du über 100.000 britische Soldaten als Pfand hast, das ist schon ziemlich beeindruckend. Weil du musst dir die Situation nach Dünenkirchen vorstellen. Die haben alle Gewehre, die sie hatten, verloren. Alle. Alle Fahrzeuge. Alle Ausrüstung. Du musst dir vorstellen, also eigentlich, ich warte auch nochmal, es gibt ja Laserpick, das ist ein ganz, ganz fantastischer Kanal. Finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Der wollte nochmal ein Video machen zu dem, was die Homeguard, also die britische Version vom Volkssturm so getrieben hat, während des Krieges. Diese Typen haben Museumsstücke in den Dienst gepresst. Irgendwelche Kanonen, die noch von Waterloo übrig waren. Was? Und dann gab es ja diesen Iron Ring, also diese Befestigungsanlagen, die sie um London gezogen haben. Da haben sie jedes verfügbare Geschütz, also wirklich jedes verfügbare Geschütz, was sie noch hatten, wirklich teilweise alte Schwarzpulverdinger, die sie aus irgendwelchen Schiffen rausmontiert haben. Okay, wusste ich nicht. In Stellung gebracht, um London zu verteidigen. Rate mal, wie viel Munition die hatten. Drei Schuss pro Geschütz, durchschnittlich. Drei Schuss. Also wenn du, es wurde ja immer gesagt, ja, Seelöwe hätte mal anfangen sollen. Der einzige Faktor, warum Seelöwe nicht hätte funktionieren können, ist die Royal Navy. Weil, wenn da jetzt sowas gelaufen wäre, wie auf Kreta, wo man einfach mal gesagt hat, okay, wir verheizen jetzt hier mal eine ganze Fallschirmdivision, die hätten denen nichts entgegenzusetzen gehabt. Gar nichts. Also wirklich mit Mistgabeln und Beilen hätten sie denen entgegentreten können. Es war halt nichts mehr da. Die haben halt legit jede einzelne Flinte, die sie hatten, haben sie in Blühenkirchen verloren. Da musste British Small Arms so die Produktion anheizen, damit sie überhaupt erst mal wieder Gewehre hatten. Weil ja zu Kriegs-, also zu Friedenszeiten, in der Zwischenkriegszeit, wurde ja nicht produziert. Warum? Das kostet Geld. Ja. Das war übrigens auch, das ist übrigens auch einer der Gründe für Appeasement gewesen, damit man überhaupt erst mal wieder anfangen kann, sowas wie eine Armee aufzubauen. Naja, das wird ja auch immer Turbinein so ein bisschen vorgeworfen, aber letztlich war der ja auch nicht dumm. Der hat natürlich gesagt, gut, ich kaufe mir jetzt hier diesen Frieden. Aber ich weiß natürlich, ich gehe ganz stark davon aus, danach hat ja England auch angefangen, mehr zu rüsten. Also das war jetzt quasi der Mythos und hast du vielleicht ein paar Theorien am Start, wie es wahrscheinlich, oder wie Historiker sich das erklären, was da wirklich passiert sein soll? Na, ich schätze mal wirklich, also meine persönliche Meinung ist halt auch, okay, wir haben unsere, wir haben den Anschluss verloren an die eigenen Truppen. Wir müssen jetzt hier anhalten, sonst ist hier Feierabend. Mhm. Und es gibt halt so diesen Glauben, also Hitler war ja sehr, sehr anglophil. Ja. Sehr anglophil. Und dass er halt geguckt hat, dass er diese britischen Expeditionstruppen als Pfand einlöst, quasi gegen Verhandlungen mit England. Dass England sich halt bereit erklärt, diese Truppen quasi ihm abzukaufen im Austausch für den Friedensvertrag. Mhm. Es gab ja auch wohl, wie legit das jetzt ist, kann ich nicht beantworten. Da müsste ich mich ja dann auch nochmal reinlesen. Weil es gab ja bestimmte Angebote von Seiten des Reiches. Naja, klar. Dass man gesagt hat, okay, wir räumen die von uns momentan besetzten Gebiete und dafür wollen wir aber das, 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 das. Ja. Was dann abgelehnt wurde. Also es gab ja dementsprechend Verhandlungen, nur Großbritannien war halt dann in der Position zu sagen, wir verhandeln nicht. Weil, warum? Wir haben, wir sind eine scheiß Insel. Komm, komm und hol mich, Bitch. Ich habe auf jeden Fall noch eine weitere Theorie. Die wurde beim ZDF eine Zeit lang ganz groß gepusht, dass Hitler quasi seinen Generalen quasi ein Haltebefehl gegeben hat, weil die sind ja, Guderian und so weiter, sind ja eigenmächtig vorgeprescht und haben gesagt, jetzt müssen wir hier zum Kanal eilen. Und die weiteren Kommandosstellen haben irgendwann gesagt, ja, okay, macht, leg los. Und das war dann quasi so der Haltebefehl für Hitlers Generale, dass er gesagt hat, okay, ich zeige jetzt meinen Generalen mal, wer hier der Chef ist. Ich befehle jetzt einen Haltebefehl. Du meinst so ein bisschen, wie Stalin das gemacht hat mit Konjew und Schub während der Schlacht um Berlin. So ein Kräftemessen mit seinen Generalen, um zu zeigen, ich bin der Boss, ich entscheide hier. Ich finde das, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich habe auch ganz viele Sachen gelesen, die extrem dagegen sprechen, unter anderem, dass zum Beispiel Gerd von Rundstedt selber den Befehl erlassen hat und hat gesagt, es war keine Anordnung von Hitler direkt, sondern es war Gerd von Rundstedt, der Befehlshaber der Heeresgruppe A. Die haben entschieden, Angriff abbrechen, weil quasi die wirklich die Sorge hatten, dass ihnen die Truppen halt in die Flanke fallen, weil die Panzerspitzen halt so exponiert waren. Hab ich auch gesagt. Genau. Das war also quasi das, was du gesagt hast. Letzten Endes nur, dass der Haltebefehl eher wahrscheinlich von Gerd von Rundstedt kam, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Gerd von Rundstedt war ja kein Panzermann. Der war noch ein bisschen so ältere Schule und der hat gesagt, nee, nee, wir müssen hier warten, bis unsere Infanterie ankommt. Und als Göring dann quasi gesagt hat, das war ein bisschen Kavalerie-mäßig gedacht, ne? Ich weiß nicht mehr, ob der ein Kavalerist war. Ich glaube, der war wirklich eher so ganz alt. Infanterie, Artillerie. in die Kämpfe, oder was? Na, Infanterie, Artillerie. Da müsste ich mir auch mal ein bisschen mehr noch über Rundstedt lesen. Eigentlich auch eine super interessante Figur. Der war ja wirklich einer der höchste Ich hab neulich, hab ich gelesen, hab ich mir was gelesen zu Rudolf Schmund. Schmund, das war auch sehr interessant. Schmund, sagt mir was? General Schmund. Schmund. Rudolf Schmund. Ich glaub, der war Chef des Wehrmachtsführungsstabes? Fragezeichen. Schmund, ja. Genau, und letzten Endes, als Göring dann gesagt hat, ne, die Dupferpfe könnte das schon schaffen, dann hätte er gesagt, okay, gut, dann vertraue ich mal Göring, sollte er sich beweisen. Und letzten Endes, man weiß es nicht, wahrscheinlich hätten die Panzer eine Panik ausgelöst und sie hätten es wirklich geschafft. Aber wenn ihnen natürlich, was schon vorher ja passiert, ist, und zwar De Gaulle hat ja schon mal einen Gegenstoß in der Flanke gemacht. War das nicht Arres? Ob das bei Arres war, weiß ich nicht, aber es könnte sein, Arres. Es gab eine große Panzerschlacht auf jeden Fall. War das Arres? Ja, dann wird das Arres gewesen sein. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Und auf jeden Fall haben sie es schon mal gespürt, einmal, oh shit, das hätte auch schief gehen können. Und, ähm, das war ja bei den Blitzkriegen allgemein so, da war mehr Glück als Verstand dabei. Das war erst mal angreifen und dann gucken so, im Englischen sagt man throw shit on the wall and see what sticks. Naja. Wobei ich mit dem Wort Blitzkrieg auch nicht so happy bin. Eigentlich ist es eher Bewegungskrieg statt Blitzkrieg. Die haben das zwar irgendwie Blitz genannt, aber... Johnny hat das Konzept des Bewegungskrieges nicht verinnerlicht. Ja. Und, ja. Aber diesen Mythos hört man immer noch ganz oft. Also wie gesagt, dass Hitler die Streitkräfte hat anhalten lassen, um mit England zu verhandeln. Wobei man natürlich fragen muss, ganz ehrlich, was ist denn ein besseres Faustpfand? Entweder du hast die 100.000 Mann nicht und bedrohst sie nur oder du hast die tatsächlich 90.000 bis 100.000 Mann Gefangene, wo du sagen kannst, ja, so, ich könnte euch die ja alle zurückgeben, aber dann müssten wir halt um die verhandeln. Das wäre, ansonsten würde ich die jetzt heim ins Reich bringen und dann müssten die halt da arbeiten. Könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr das den Familien erklären wollt. Ich glaube, das ist eine... Und Hitler war ja immer derjenige, der gesagt hat, aus der Stärke muss man verhandeln und nicht aus der Schwäche. Und solange das Korps dann noch, das britische Expeditionskorps, Expeditionskorps noch am Strand war und noch sich hätte werden können, ist man ja nicht wirklich in der Position der Stärke. Vor allem, ich glaube, das war auch bei Dunkirk, also beim Film Dunkirk, den ich übrigens sehr, sehr furchtbar fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch, ja. Wurde das ja angesprochen, die hatten erst mal nur vor, das war, glaube ich, lief das unter Operation Dynamo. Die sind ja erst nur davon ausgegangen, okay, wir kriegen maximal zwei Divisionen raus und dann sind wir schon gut. Ja. Aber dass sie nachher alle rausgekriegt haben, damit haben die Briten überhaupt nicht gerechnet. Aber das war auch nicht nur Operation Dynamo, es gab noch mehrere Evakuierungen, die bekannteste ist halt in Dünenkirchen, aber es gab noch mehrere, wo sie noch Soldaten rausgeholt haben. Siehst du, das wusste ich jetzt wieder nicht. Naja, es gab mehrere solche Operationen und die waren auch nicht klein. Also, ne. Ich glaube, hier was war das, ich habe die Namen hier gerade nicht, ich hatte die mir mal irgendwo notiert. Ich habe so ein riesiges Sammelsurium an Google Drive Dokumenten, aber da jetzt durchzubilden, wird ein bisschen dauern. Aber auf jeden Fall gab es deutlich, es gab, glaube ich, zwei weitere größere Evakuierungen, wo man die Soldaten an Land geholt hat oder nach Hause. Nachher auch Franzosen und Belgier. Ja, ja, die hat man auch rausgeholt, genau. Und interessanterweise, man denkt immer nach Dünenkirchen, okay, der Krieg war vorbei, aber die Eroberung von Südfrankreich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat mehr Verluste verursacht, als quasi der Kampf bis nach Dünenkirchen. Naja, du hast ja, lustigerweise, das war nachher umgedreht, fast gar nicht mehr der Fall, weil, dann gab es ja später, nach der Landung in der Normandie, gab es ja noch Operation Dragoon. Das war ja, wo sie in Südfrankreich gelandet sind. Das Interessante war, die anti-amerikanischen Ressentiments waren im Süden höher als im Norden. Der Norden trug aber die Hauptlast der Kämpfe. So, die, kann sein, dass die Amis sich im Süden wesentlich schlechter benommen haben, aber halt im Norden haben sie ja ganze Städte eigengeebnet und die Franzosen waren mega happy, als sie da waren. Naja. Und im Süden war halt, ja, äh, Amerikan, äh, no. Naja, im Süden, sag ich mal, da waren die Deutschen ja nicht so lange Zeit, ne? Naja, die haben sie schon noch, ja, wo sie Vichy Frankreich abgelöst haben. Ja, aber nicht so lange, die anderen waren ja vier Jahre lang besetzt, ne? Im Gegensatz, ich weiß nicht, was waren das, anderthalb Jahre vielleicht? Ich glaube 42 wurde Vichy abgewickelt, dann hatten sie, weil Gesundheit eben nicht auch Hautsache ist. Wenn das noch einer kennt, das kam mal in der Werbung ganz lange. Oh, ich begrüße mal den Lars, den sehe ich hier in den Kommentaren. Bädel. Guter Freund von mir. Ohn Lars? Drohnen Lars, genau. Drohnen Lars, Grüße gehen raus. Dann, wenn du zu dünnen Kirchen nichts mehr hast, würde ich mal zum nächsten Thema springen. Bitte, bitte. Unternehmen Barbarossa. Fangen wir mal an. Du hattest mir letztens noch den Mythos gesagt, wegen den Italienern musste Barbarossa verschoben werden. Was hat es denn damit auf sich? Also es wird ja immer gesagt, dadurch, dass die Italiener auf gut Deutsch richtig auf den Sack gekriegt haben von den Griechen. Es war ja, Mussolini hat sich ja Zock vereinnahmt, also Albanien, unter König Zock. Und begann dann mit einer Invasion Griechenlands. Da gibt es ja dieses ganz berühmte Meme von Inved Greece now for the Italy. Und die haben richtig auf die Fresse gekriegt. Also sowas von auf die Fresse gekriegt. Die wurden ja bis weit über die albanische Grenze hinaus zurückgedrängt von den Griechen. Nicht mal von den Briten, die ja auch Truppen dort hatten. Darauf gehe ich aber gleich noch ein. Sondern von den Griechen. Da haben die halt gesagt, ja, Deutschland, hilf mal. Mach mal bitte, Hitler. Danke. Ja. Die Truppen waren ja gerade noch in Jugoslawien. Ja. Die deutschen Truppen. Nee, das wird ja auch gesagt, Balkanfeldzug und so weiter, das hätte das alles so ein bisschen verzögert. Was dabei außer Acht gelassen wird, es gab in Jugoslawien eine deutsch-freundliche Regierung. Mhm. Es gab eine deutsch-freundliche Regierung und die wurde abgesetzt. Da gab es einen Coup von Seiten, von Seiten hauptsächlich serbischer Militärs, die gesagt haben, das können wir so nicht machen. Das ist voll scheiße. Und ich meine, das waren Königstreue, die gesagt haben, lass mal mit den Deutschen arbeiten. Das kann sein. König Paul von Jugoslawien. Mhm. Und die haben halt gesagt, nee, das geht gar nicht. Also wir wollen keine Kollaborateure sein, wir putschen jetzt. Und dann wurde halt diese deutsch-freundliche Regierung in Jugoslawien geputscht. Und das hat so ein bisschen den Balkankrieg ausgelöst oder den Balkanfeldzug ausgelöst. Dass man gesagt hat, okay, wenn die sich jetzt noch mit den Alliierten verbrüdern, erst mal Italien ist Zielscheibe Nummer eins, weil das ist, wie die Briten gesagt haben, das Soft Underbelly of Europe. Ja. Ich glaube, die Amerikaner haben das gesagt, nicht die Briten. Aber der Begriff ist bekannt, ja. Ja. Also das quasi der Knackpunkt ist, so wie Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg. Ja, von daraus kommst du ja quasi von Jugoslawien, bist du ja quasi direkt, ja, unterhalb der deutschen Grenzen. In Italien, Österreich. Das wäre schon schlecht. Das wäre schon schlecht, genau. Und dass man halt gesagt hat, okay, wenn das jetzt schief geht, wenn die Italiener dort nicht die Oberhand gewinnen können in Griechenland, dann fällt Griechenland an die Briten. Und nach Griechenland, wenn das momentane Militärregime in Jugoslawien bleibt, dann wechselt auch Jugoslawien die Seite. Das heißt, unsere komplette Südflanke ist exponiert. Und das geht gar nicht. Also schicken wir jetzt, die haben ja nicht mal, wenn du gemessen an dem, was gemacht wurde, wurden nicht mal viele Truppen abgestellt. Am Balkan, ja, ja. Nee, das waren relativ wenige. Das waren relativ wenig Verbände, aber es waren halt Panzerverbände. Ja. Es wird halt gesagt, ja, die Panzerverbände mussten ja auf dem Balkan kämpfen und dementsprechend standen die dann nicht zur Verfügung für einen früheren Zeitpunkt von Barbarossa. Und deswegen sind die Italiener schuld, weil die haben das ja verbockt. Die haben ja Griechenland angegriffen und das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Dazu muss man sagen, Mussolini war ja, sagen wir mal, sehr unkonventionell, was seine Art von Kriegsführung angeht. Dass er halt gesagt hat, ich brauche ein paar tausend Tote, damit ich vor dem Verhandlungstisch gut dastehe. Mhm. Dass ich halt meine Forderung Nachdruck verleihen kann. Pass mal auf, wir haben bei euch geblutet, jetzt hauen wir mal hier auf den Tisch. Mhm. Und dass er halt zeigen, wollte ich, brauche die Deutschen nicht. Ich kann auch selber was reißen mit meiner Armee. Tja. Und dann, wie gesagt, die ganze Südfront ist exponiert gewesen und da müssen wir jetzt irgendwas machen, weil das geht so nicht. Wenn Mussolini da weiterhin sein Ding macht, dann haben wir ein richtiges Problem. Strategisch. Der große Traum war ja auch Mare Nostrum, das Mittelmeer wieder zu einem römisch-italienischen Meer zu machen. Ja. Und da gehört der Griechenland auch dazu. Ja. Dieses Geräusch. Ich vermisse es. Ich glaube sogar, die Lab-Standarte hat er gekämpft, ne? Ja, die Lab-Standarte. Das war ja das, ich glaube, das war das Husan-Stück von Belgrade. Das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte. Und zwar sind die einfach mit dem Boot über die Trina gefahren und haben gesagt, jo, wir haben jetzt, ich glaube, 400 Flugzeuge oder sowas in der Luft und wenn ihr nicht aufgebt, dann machen die die ganze Stadt platt. Und so haben die im Hand-Streich-Belg gerade erobert. Ja. Das war die Lab-Standarte. Hat der geklappt auch, ne? Ja, hat geklappt. Natürlich. Weil es gab ja, Rotterdam ist halt passiert. Die wussten, dass die Deutschen das können. So, die waren auch nicht blöd. Auch die lesen Nachrichten. Und was daran ist jetzt der Mythos? Also der Mythos ist quasi, dass die Leute sagen, dadurch wurde Barbarossa verzögert. Man hat nicht im Mai schon angegriffen und dann wäre Moskau nicht passiert. Dann wäre... Ja, der ganze Zeitplan wäre ja um mehrere Monate vorverlegt worden quasi. Man hatte Moskau noch vor dem Minder-Einbruch erreichen können. Warum ist das jetzt ein Mythos? Weil, wie gesagt, die strategische Lage es nicht anders zuließ. Man hätte Jugoslawien so oder so einnehmen müssen. Schon alleine, weil die pro-deutsche Regierung weggefallen ist. Weil Griechenland drohte, den Engländern in die Hände zu fallen. Die Engländer zu diesem Zeitpunkt haben überall Truppen hingeschickt. Überall. Mhm. Wo auch nur die Möglichkeit bestand, dass quasi die Deutschen auftauchen. Deswegen ja auch diese groß angelegten amphibischen Operationen in Norwegen und so weiter. Weil man halt auch den Amerikanern, die ja noch nicht in den Krieg eingetreten waren, offiziell, komme ich aber auch noch drauf zurück, wenn wir bei dem Thema sind, Hitler hätte in den USA nicht den Krieg erklären sollen. Es ging halt darum, den Verbündeten oder den eventuell Verbündeten zu zeigen, guck mal, wir kämpfen hier alleine gegen die Deutschen. Wir bräuchten jetzt mal echt eure Hilfe. Das wäre ganz, ganz super. Ja. Wenn, liebe USA, wenn ihr denn mal in den Krieg eintreten würdet, weil wir kämpfen hier seit über einem Jahr alleine gegen die Deutschen. Ja. Und wenn ihr uns da mal so ein bisschen aushelfen konntet, wäre halt cool. Deswegen auch diese massiven Truppenaufgebote eben in Griechenland. Das waren ja Anzac-Forces zum Beispiel, haben hauptsächlich Kreta verteidigt. Ja. Das waren ja Neuseelandische, und ich meine auch indische Truppen. Mhm. Jetzt aber auch nachgucken, auf jeden Fall Kolonialtruppen, also Commonwealth-Truppen. Und wie gesagt, das konnte halt nicht sein. Gerade auch, weil der Besitz Griechenlands halt bedeuten würde, okay, die Briten haben jetzt haben jetzt potenzielle Basen für Luftangriffe auf die rumänischen Ölfelder. Ja. Also die Gesamtlage hat es erforderlich gemacht, dass man den Balkanfeldzug führt, als man ihn geführt hat. Weil da so viele Sachen mit reingespielt haben. Wie gesagt, ein potenzieller Zusammenbruch der italienischen Armee war da noch der kleinste, das kleinste Problem, sondern das größere Problem war halt, dass die Royal Air Force möglicherweise die rumänischen Ölfelder hätte bombardieren können. Hm. Ja. Ich habe noch eine andere Theorie dazu, die ich öfter mal schon gelesen habe. Und zwar gibt es auch Stimmen, die sagen, das hat den Feldzug gar nicht großartig verzögert, denn zum einen war der Aufmarsch der Wehrmacht noch nicht komplett abgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, man hätte im Mai noch gar nicht angreifen können. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass es zu dieser Zeit noch eine Schlechtwetterphase gab. Das heißt, es ist äußerst fraglich, ob man vor Juni überhaupt hätte angreifen können. Denn wir wissen ja alle, wenn es schlecht Wetter hat in Russland, auch in der Ukraine und so weiter, und es regnet halt mehr als gewöhnlich, dann, da es keine Straßen gibt, sind das Matschpfade. Und das ist natürlich für eine motorisierte, gepanzerte Armee natürlich sehr schwierig, dann in diesem Bereich vorzurücken und sich schnell vorzubewegen. Von daher muss es nicht mal sein, dass das wirklich massiv den Angriff verzögert hat. Ja, das ist auch noch so, das, was ich auch noch so ein bisschen dazu weiß. War das nicht sogar so, war das nicht sogar so, das hattest du mir, glaube ich, mal erzählt, dass die Wehrmacht nach den größeren Feldzügen demobilisiert hat? Jein. Nach dem Frankreich-Feldzug gab, also das ist ja immer generell eine gewisse Schwierigkeit, man stellt sich das halt immer so einfach vor, aber selbst, wenn man schon Heart of Iron spielt, merkt man, gewisse Entscheidungen muss man frühzeitig treffen. Baue ich jetzt die Marine mehr aus oder baue ich jetzt mehr die Luftwaffe aus oder mehr das Heer? Und die Wehrmacht hat ja versucht, hat das, hat quasi nach dem Frankreich-Feldzug, da gab es so eine kurze Phase von, okay, was machen wir jetzt? Wir haben überraschenderweise sehr schnell den Kampf gegen Frankreich gewonnen und es gab ja keinen weiteren Plan und irgendwann gab es die Entscheidung dann, okay, generell die Luftschlacht von England läuft zwar an, aber so entscheidend ist es nicht und Hitler war auch kein großer Fan von Operation Seelöwe. Man hat relativ schnell den Blick nach Osten gerichtet und hat dann die Weisung gegeben, der Feldzug gegen die Sowjetunion das vorzubereiten und dadurch hat man jetzt zum Beispiel auch versucht, die Landstreitkräfte zu erhöhen, das heißt, man hat wirklich angefangen, stärker zu mobilisieren, hat mehr Leute eingezogen, mehr Divisionen aufgestellt, man hat zum Beispiel auch die Panzertruppe vergrößert von 10 auf 20 Divisionen, wenn ich die zahlrechte im Kopf habe, indem man zum Beispiel im Frankreich-Feldzug hatte eine Panzerdivision, zwei Panzerregimenter und man hat quasi gesagt, okay, wir machen folgendes, wir nehmen aus diesem einen Panzerdivision, nehmen wir ein Panzerregiment auf und verdoppeln die Zahl unserer Divisionen damit, dadurch sind unsere Panzerdivisionen zwar kleiner und weniger schlagkräftig, aber wir haben die doppelte Anzahl, die wir dann einsetzen können. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja das, was Guderian gesagt hat. Guderian war halt, war halt der, der Typ, der eine konzentrierte, gepanzerte Faust haben wollte. Dann gibt es ja auch zwei Schulen. Rommel hat ja sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit verbundenen Streitkräften, also Infanterie und Panzern und Guderian wollte halt einen sehr panzerlastigen, eine sehr panzerlastige, eine sehr schwere Panzerdivision haben. Ja. Deswegen hat man ja nachher auch zum Beispiel diese schweren Panzerabteilungen gemacht, damit man halt irgendwie so eine Quick-Response-Force, also schnell Eingreiftruppen hat, die wirklich austeilen können. Das war eher Guderians Ansatz und Rommel hat halt gesagt, also Rommel mit seinen Erfahrungen in Afrika, Bewegungskrieg, hat halt gesagt, so ich brauche nicht mehr Panzer, ich brauche eigentlich, bräuchte ich mehr Infanterie, weil ich würde gerne aus den, aus den Panzerverbänden, die er mir geschickt hat, würde ich mir gerne noch eine neue Division zusammenbasteln. Weil man, muss ich vorstellen, wir haben ja heute, sag ich jetzt mal, wird ja auch Panzerkriegsführung schon wieder als, als veraltet angesehen. Damals war das aber noch komplett neu und keine Seite wusste so wirklich, okay, welches, sag ich jetzt mal, Divisionstemplate ist jetzt das Richtige. Sondern man hat experimentiert, die Deutschen haben auch, ich glaube, fünf oder sechs Mal das Template umge- oder die Aufstellung von der Panzerdivision geändert, weil sie gemerkt haben, okay, wenn wir das so und so machen, geht das vielleicht besser. Anfänglich gab es zum Beispiel die leichte Division als Versuch im Polenfeldzug. Das war so eine Mixtur mit, auch mit Spähfahrzeugen und leichteren Panzern. Und da hat man festgestellt, das reicht nicht, es hat nicht genug Schlagkraft und hat diese leichte Division, dieses Experiment dann auch beendet und hat gesagt, nee, nee, wir brauchen wirklich eine klassische, wir brauchen wirklich eine schlagkräftige Panzerdivision und nicht so ein Mischverband aus motorisierter und gepanzerter Division. Das funktioniert ja einfach nicht. Das hat sich halt sehr schlecht herausgestellt. Aber in Afrika gab es auch noch eine leichte Division. Genau, in Afrika waren ja die Bedingungen halt ein bisschen anders. Da musstest du ja flexibel sein und da war es ja wichtig, dass du sehr beweglich bist über große Flächen. Da hat sowas halt schon wieder Sinn gemacht, so wie es zum Beispiel in der Sowjetunion auch war, wenn wir ganz kurz auf das Thema kommen, wie die russische Panzerarmeen aufgestellt waren. Da gab es ja sehr viele Kavallery-Offiziere und sehr viele Offiziere, die mit Kavallery zu tun haben, weil in den Kriegen davor zum Beispiel Sowjetunion gegen Polen und das war auch in Polen der Fall, hat man sehr stark auf Kavallery gesetzt. Und dadurch gab es sehr viele Generale, die extrem viel Erfahrung mit Kavallery hatten und weniger mit Panzern letzten Endes. Aber es gab ja auch solche Leute wie die Tukaschewski, die einfach beides konnten. Ja klar, es gab auch, also wir haben ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, aber da können wir ja bei Unternehmen, achso wir sind ja bei Unternehmen Barbarossa, dann können wir vielleicht jetzt auch kurz drauf eingehen. Aber bevor ich das mache, irgendwas hattest du vorher noch gesagt, was ich noch drauf sagen wollte. Du hast mir eine Frage gestellt und die habe ich irgendwie nicht beantwortet und bin drüber dann weggegangen. Wenn es noch einer weiß, schreibst du in die Kommentare. Irgendwas war da noch. Naja, auf jeden Fall bleiben wir jetzt nochmal bei dem Punkt. Barbarossa war der größte Fehler der Deutschen. hattest du auch als Mythos nochmal gelesen. Ja. Also was meinten die damit? Also erstmal wird ja gesagt, ja, hätte er nicht machen müssen. Man hätte erstmal mit England, man hätte erstmal den Konflikt mit England beenden sollen, Liftschlacht um England oder zumindest eine Paz-Situation erreichen müssen. Eine Paz-Situation erreichen müssen, bevor man, mal mit den Worten von World War Z, fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat, typisch, Norte-Amerikanus nach den Sternen greifen, während sie mit dem mit den Ärschen noch im Dreck sitzen. Heißt, wir haben quasi, wir haben unsere Vorspeise noch nicht gegessen wollen, aber schon das Dessert, dass England quasi nicht besiegt war. England war nicht aus dem Spiel raus. Die waren immer noch da und haben auch Angriffe geflogen gegen Deutschland. Der erste Luftangriff war, ich meine, 1940 schon gegen Lübeck. Und da ist halt der Mythos, dass man halt gesagt hat, okay, die haben das noch nicht fertig gemacht. Warum? Hitler hat immer wieder davon gesprochen, dass er keinen Zwei-Fronten-Krieg wollte. Warum hat er dann trotzdem einen Zwei-Fronten-Krieg geführt? Hm, okay. Ja, habe ich auch schon öfter gehört, ja. Hätte man das nicht gemacht, dann da, 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 da. Ja, das, was man da mal außer Acht lässt, ist der ideologische Faktor. Der Kampf gegen den Bolschewismus und der Kampf gegen den, also gegen die asiatischen Horden ist einer der Kern-Elemente. Ja. Wobei, heute darfst du es ja wieder sagen. I see what you did there. Das, das Grundproblem ist halt, wenn wir so denken, nehmen wir die Ideologie raus. Dann machen wir das so wie Hearts of Iron, dann machen wir das apolitisch. Dann spielst du zwar die Deutschen, aber du spielst irgendwie nicht die Deutschen, weil ich wüsste jetzt nicht, dass der Holocaust oder die Entlösung der Judenfrage jetzt ein Ding ist, was du in Hearts of Iron machen kannst. Ich sag jetzt nicht, dass ich das getan habe. Ich weiß nur, dass ich Let's Plays gesehen habe, wo Leute Sicherungsdivisionen aufgebaut haben und die Einsatzgruppen genannt haben. Wo ich mir halt denke, Jungs, warum? Aber es ist keine Kernthematik der Sache. Und so gehen die Leute aber da ran. Sie nehmen die Ideologie da raus. Wenn du dir aber, sag ich jetzt mal, die Nazis nicht Nazis sein lässt, dann können wir es lassen. Dann brauchen wir uns über dieses Thema nicht unterhalten. Weil, wie gesagt, wenn eines der Kernpunkte deiner Ideologie die Vernichtung der in Anführungsstrichen slawischen Untermenschen ist, dann machst du das. Weil das ist, wer du bist. du bist halt Nationalsozialist, du bist Rassetheoretiker und einfach die die ideologischen Ansätze rauszunehmen und einfach zu sagen, ja, die hätten das und das machen müssen. Ja, aber dann sind es nicht mehr die Nazis. Ja. Dann führt mich das ja quasi überleitend jetzt zu einem Thema, was, glaube ich, damit auch relativ stark verhaftet ist. Nein, pass mal auf. Also erst mal das, also die Planungen haben stattgefunden und es war ja, die Wehrmachtsführung war euphorisch, weil man davon ausgegangen ist, dass es so wie im letzten Krieg sein würde, Russland würde relativ schnell fallen und Frankreich wäre der wirkliche Gegner. Nachdem man Frankreich binnen weniger Wochen besiegt hatte, war man im Wehrmachtsführungsstab sehr, sehr euphorisch und war sehr optimistisch, dass ein Krieg gegen Russland nicht nur durchführbar, sondern auch gewinnbar wäre. Mhm. Entsprechend begann man mit den Planungen. Daraufhin hat das, hat der, ähm, Generalquartiermeister aber gesagt, Leute, wir haben nach den momentanen Vorräten nur noch drei Monate Sprit für offensive Kriegsführung und danach ist Feierabend. Mhm. Also man hat schon mal gewarnt, dass die momentane Treibstofflage, die Wehrmacht hat mehr Treibstoff verbraucht, als Rumänien liefern konnte. Mhm. Also selbst ein zweites Rumänien, das 24-7 Öl gefördert hätte, hätte den Bedarf der Wehrmacht nicht decken können. Ja. Ein zweites Rumänien, ich meine jetzt nicht irgendwie eine zweite Ölplattform aufbauen oder sowas, nein, wirklich ein zweites rumänisches Ölfeld, das 24-7 Öl gepumpt hat, es hätte nicht gereicht. Mhm. Ja. Und das muss man sich überlegen. Und dass man dann zu der Konklusion gekommen ist, war okay, weißt du wer Öl hat? Die Sowjetunion. Mhm. Dass man dann auf den Trichter gekommen ist, ja, okay, ist ein Argument. Und die Hilfslieferungen, die die Sowjetunion ja geliefert hatte, die haben ja richtige Ausrüstung geliefert, also Rohstoffe geliefert im Tausch gegen militärische Ausrüstung, unter anderem militärische Ausrüstung. Also NS-Deutschland war nicht unwesentlich beteiligt an dem Aufbau der Roten Armee. Mhm. Es geht noch auf alte Verträge in der Weimarer Republik zurück. Das war, meine ich, der Vertrag von Rapallo, wo sich die Weimarer Republik und die Sowjetunion gegenseitig anerkannt haben. Ja. Weil man sich gesagt hat, okay, wir sind beide so ein bisschen die Außenseiter, so wie in der Schule, weißt du, die anderen mögen mich nicht und dich mögen sie auch nicht, lass uns mal Freunde sein. Kleine Anekdote dazu, es gab ja Berichte, dass Leute in Stalingrad in Roter Oktober eingedrungen sind und dann Maschinen von Siemens gesehen haben und sich gedacht haben, was passiert hier eigentlich? Was war die Scheiße? Weil die natürlich geholfen haben, den Sowjets und haben Maschinen geliefert gegen Getreide und andere Rohstoffe. Ja, gerade so Maganerz und all so andere Dinger. Also, das war ja auch eine ganz große Geschichte mit Schweden, Schwedens Neutralität, dass sie halt gesagt haben, wir sind für die Nazis nur so lange nützlich, wie wir Rohstoffe liefern. Das war ja einer der Kernpunkte, was man den Schweden nachher vorgehalten hat. Ja, aber ihr habt ja nicht gegen die Deutschen gekämpft. Okay, was hätten wir machen sollen? Was würdest du mal sagen? Also, Schweden hat ja unter anderem auch Durchgangsrecht erlaubt, also deutsche Truppen sind über Schweden nach Finnland verlegt worden und auch wieder zurück tatsächlich, also über 200.000 Mann, das waren nicht wenig und die haben halt gesagt, okay, magst du uns mal sagen, was wir machen sollen gegen 200.000 deutsche Soldaten? Ja. Darauf wussten die die Briten, die hauptsächlich gesagt haben, ja, was soll denn das? Warum beliefert ihr die immer noch mit Erz? Weil das schwedische Erz war besser als das deutsche, tatsächlich. Das norwegische auch, ne? Die haben auch norwegisches Erz ja importiert. Nachher, wo sie Norwegen eingenommen haben, aber nicht mehr. Und das war halt von britischer Seite wurde halt gesagt, ja, ihr müsst aufhören, den deutschen Rohstoffe zu liefern. Und die Schweden haben halt gesagt, okay, wenn wir das machen, dann können wir uns unsere Neutralität sonst wo hinschieben. Dann machen die nämlich mit uns dasselbe, wie sie mit Norwegen gemacht haben. Nehmen wir uns in drei Tagen ein. Dann ist hier Feierabend. Und dann kommt keine britische Expeditionstruppe wie bei Narvik. Ist nicht, läuft nicht. Also, nochmal zurückgreifen, Barbarossa war der größte Fehler, den die Deutschen hätten begehen können. Ist der Mythos. Musste, musste passieren, wäre auch früher oder später so gekommen. Und um das mal aufzugreifen, es gab ja diese, oder es gibt immer noch, das wolltest du nachher noch machen, oder? Das würde ich jetzt aufgreifen, ja genau. Ja, das ist ja diese Präventivkriegthese gehabt, bevor wir darauf rauskommen, würde ich gerne noch meinen Sätzchen dazu ablassen. Nämlich, dass, ich meine, es war Zhukov gesagt hat, zu Stalin nach dem Zustand der Roten Armee, dass man vor 1942 zu größeren Operationen nicht in der Lage wäre. Ja. Also, es wäre vielleicht unter Umständen darauf hinausgelaufen, dass Stalin Hitler angegriffen hat. Es gab ja, das ist einer der Gründe zum Beispiel, warum die Westalliierten der Sowjetunion nicht den Krieg erklärt haben, Deutschland aber schon, weil man die Sowjetunion nicht verärgern wollte. Die westlichen Alliierten waren sich sicher, dass es zwischen diesen beiden ideologisch verfeindeten Gruppen irgendwann zum Krieg kommen würde. Man musste aber nicht, wer wen angreift. Ja. Also, es wäre durchaus möglich gewesen, in einem Alternativuniversum, in dem Stalin Hitler angegriffen hätte, dass die Amerikaner auf Seiten Hitlers in den Krieg eingetreten wären. Das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Meinst du? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wenn jetzt quasi die Deutschen schon gegen Großbritannien gekämpft hätten? Nee, nee. Also, es wäre halt eine Möglichkeit gewesen, dass man mit den Briten separat Frieden führt und gegen die Sowjets vorgeht. Ach so. Weil sowohl die Briten als auch die Amerikaner die Sowjets als Gefahr angesehen haben. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also, es wäre, es ist nicht im Bereich des Unmöglichen, dass in einem alternativen Universum Nazi-Deutschland zusammen mit den Amerikanern und den Briten gegen die Sowjets gekämpft hätte. Wie es dann Jahre später nach dem Krieg ja auch der Fall war, dass man einen Kalten Krieg hatte gemeinsam. Ja, man hat halt lustigerweise mit denselben Typen, die man noch vor ein paar Jahren bekämpft hatte. Ja, dieselben Nazis. Wo dann ehemalige Abwehrsoldaten haben dann den BND unter anderem aufgebaut oder damals noch am Blank. Ja. Und, ja, ESS-Mann haben auch viele große Rollen gespielt, aber da bin ich jetzt nicht zu dir reingehen. Oh, Skorzeny. Skorzeny hat für den Mossad gearbeitet. Ja, das weiß ich. Das ist einfach politischer Kompass durchgespielt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja, ich habe ja mal öfter schon angekündigt, dass ich mich mit dieser Präventivkriegsthese, die ja wirklich verpönt ist, also überall liest du wissenschaftlich widerlegt und hier und da und keiner Mensch darf sich damit beschäftigen letzten Endes und die das machen sind alle Revolutionisten und Spinner. Ich habe es mir jetzt einfach mal wirklich angeguckt und habe mir mal die ganzen verschiedenen Argumente angeguckt. Das heißt, ich bin jetzt auch kein Historiker, kein Wissenschaftler, aber ich habe ja eine Meinung trotzdem, die ich persönlich natürlich auch für sehr wichtig halte, klar. Nein, nein. Und es ist so, es gibt jetzt auch, es gibt neue Literatur, es gibt jetzt zum Beispiel so einen, ich weiß den Namen von dem Mann nicht, der hat jetzt so ein zweibändiges Buch rausgebracht, wo er sich dann auch mit beschäftigt hat, dass es Planspiele gab, von der Sowjetunion Deutschland anzugreifen und auch entsprechende Befehle, dass da so bestimmte Situationen durchgespielt würden. Und dazu muss man sagen, ja, die Rote Armee hatte an der Grenze gewaltige Truppen massiert. Es lag unter anderem auch daran, dass man natürlich Deutschland nicht zu 100 Prozent getraut hat. Und Stalin hatte ein riesiges Rüstungsprogramm aufgelegt. Wie gesagt, die Sowjetunion hatte zu dem Zeitpunkt fast 20.000 Panzer. Es waren zwar eher diese BT-7-Panzer und die eher, und jetzt kommt halt das Ding, wo viele sagen, ja, seht ihr, die BT-7-Panzer waren nämlich eigentlich dafür konzipiert, vorrangig auf befestigten Straßen eigentlich zu fahren. Das heißt, man hat die konzipiert schon, um in Europa vorzurücken. Das hat aber mit der sowjetischen Strategie zu tun oder mit der Militärstrategie oder Doktrin, sage ich mal. Und zwar die Schlacht in der Tiefe letzten Endes. Und da ging es ein bisschen darum, dass man quasi den Kampf auf das Territorium des Gegners trägt. Und ja, es gibt diese Aufstellungskarten, die man sieht, dass das die Rote Armee an bestimmten Stellen massiert war, besonders im Süden, weil man vermutet hat, wenn die Deutschen angreifen würden, dann würden sie im Süden angreifen. Und das wird halt oft so ausgelegt, naja, sie haben die Truppen da massiert, weil sie dann quasi von da aus einen Stoß irgendwie über Österreich nach Berlin führen wollten und Polen da auch einzukesseln. Aber letzten Endes lag es auch daran, dass Stalin gesagt hat, okay, wenn die Deutschen angreifen, dann in der Ukraine, weil hier gibt es die meisten Ressourcen. Er hätte nicht gedacht, dass die Deutschen versuchen schwerpunktmäßig auf Moskau vorzurücken. Und diese Aufstellung der Truppen, das ist die eine Sache, zu der man sagen muss, die Grenze selbst war tatsächlich relativ dünn besetzt. Das war nämlich die sowjetische Doktrin, dass man den Gegnern einen Angriff führen lässt und dann einen schweren Gegenangriff durchführt mit allen Kräften, so wie es ja auch bei Barbarossa am Ende passiert ist. Man hat ja quasi die Strategie angewandt, nur dass sie halt grandios gesteitert ist, dass die Gegnergriffe alle abgewehrt wurden und die Deutschen trotzdem vorgelegt sind. Das war ja generell die sowjetische Doktrin, dass man halt gesagt hat, oder das war ja auch, die haben ja nachher auch die, sag ich jetzt mal, die Tresore gefunden, wo die ganzen Planungsdinger drin waren von den Sowjets, weil das war ja alles im Safe drin, weil das kann ja nicht jeder lesen, wo kommen wir denn da hin? Ja. Und dass dort entdeckt wurde, dass der, oder auch von gefangengenommenen sowjetischen Offizieren wurde gesagt, ja, wie sah denn euer Plan aus? Ja, unsere Befehle lauten sofort Gegenangriff. Ja. Das war halt, am letzten Endes kann man sich vorstellen, so wie sie es bei Kurs gemacht haben. Man gräbt sich ein, so wie sie es heute auch machen, die Russen. Sie graben sich ein, die warten den Angriff ab und dann wird ein schwerer Gegenangriff durchgeführt. Und da hat man sich halt sehr viele Versprechungen von gemacht, weil Stalin war sehr abgeneigt davon, den Erstschlag zu führen. Natürlich war Hitler und Stalin beiden bewusst, wäre Hitler jetzt noch in Frankreich die Kämpfe verwickelt gewesen und es wäre zu einem Ringen gekommen, wie im Ersten Weltkrieg, worauf Stalin ja gehofft hat, dann wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass Stalin natürlich mehr Sachen von Hitler hätte abpressen können politisch, zum Beispiel, dass er Gebiete von Rumänien haben will und sich so langsam vortastet und dann wirklich halt Ultima Ratio irgendwann Deutschland den Krieg erklärt, wenn er die Versicherung von den Alliierten hat oder wenn er sieht, dass die Deutschen so geschwächt sind, dass ein Angriff erfolgversprechend ist. Aber Stalin hat ja bis zuletzt wirklich versucht, jede noch so kleine Provokation zu vermeiden, auch wenn er zig Meldungen bekommen hat, hey, hier sind Spähflugzeuge, wir hören Motorengeräusche, hier gibt es feindliche Truppenaufstellungen. Das erinnert mich so an diese Szene von Sturmaufestung Brest, wenn du den Film gesehen hast. Vielleicht sind es Übungen. Was für Übungen! Weißt du, draußen hauen die Stukas da komplett rein. Ja. Ich höre auf allen Frequenzen nur die Deutschen. Vielleicht sind es Übungen. Was für Übungen! Wie gesagt, die höheren Kommandeure vor Ort haben den Befehl bekommen, auf gar keinen Fall provozieren. Denn, jetzt kommen wir jetzt zu dem Knackpunkt, den Marvin auch schon angedeutet hat, die sowjetische Armee war gar nicht kampfbereit. Man hatte dieses Konzept ausprobiert von den mechanisierten Kors und man hat ja vor kurzem auch noch die Jahre vorher auch noch die große Säuberung gehabt. Das heißt, man hat aber auch diese ganze Truppenaufstellung umgebaut. Man hat quasi große mechanisierte Kors mit mehreren hundert Panzern, also quasi einfach größer als eine Panzerdivision. Man hat das quasi in einem Kors zusammengefasst und diese Umstellung ist noch lange nicht passiert und eigentlich war der Plan, auch sehr, sehr viele T-34 neu zu bauen. Denn die Sowjetunion hatte 1941 schon sehr viele T-34, nur hat man die noch bei weitem nicht umstrukturiert und daher war ein Angriff völliger Wahnsinn. Und wenn wir jetzt abschließend zu der Frage kommen, war es... Hast du übrigens, das ist eigentlich eine interessante Geschichte, der Erfinder des T-34 oder der Chefingenieur des T-34 seiner Lungenanzündung gestorben, weil er beweisen wollte, dass du im Winter mit dem Ding ohne Probleme durch die russische Taiga fahren kannst. Es hat sich während der Testfahrt eine Lungenanzündung geholt und ist daran gestorben. Was soll ich dazu sagen? So, das nächste Ding ist, der spätere Chef des sowjetischen Weltraumprogramms, der Typ, der Sputnik nach oben geschossen hat, der war unter Stalin im Gulag und ist später, ich glaube, kurz nach Sputnik, ist er an den Folgen der Krankheiten und der Entbehrung, die er da im Gulag erlitten hat. Bestorben. Auch brutal, ne? Krass. Ja, aber nochmal zurück auf die, jetzt auf den Kern der Sache. War es ein präventiver Krieg? Jetzt ist die Frage, wie legt man präventiv aus? Heißt präventiv akut präventiv? Also stand ein Angriff der Sowjetunion 1941 im Juni bevor oder im Juli, August? Nein. Bin ich auf jeden Fall überzeugt, nein. Wäre ein sowjetischer, ein sowjetischer politischer Druck ab 1942 erfolgt, wenn quasi der Kampf im Westen nicht positiv für Hitler verlaufen wäre weiter oder sich noch negativ abgezeichnet hätte? Bin ich relativ sicher ja. Wäre irgendwann ein Angriff erfolgt 1942, 43? Bei günstiger Lage durch Stalin sicherlich ja. Also man könnte von einem Krieg mit langfristiger präventiver Absicht sprechen oder einfach einen Erstschlag könnte man es nennen und man hat quasi einfach die günstige Gelegenheit genutzt, wo man gesagt hat, wer macht das jetzt auf ihrem Peak? Wir haben jetzt die Zeit, wir haben jetzt die Ressourcen, die wir denken, die wir brauchen für drei Monate und wir wissen, die Sowjetunion hat extrem schlecht performt in Finnland, die sowjetische Armee. Das war ja auch noch so. Ich habe da schon angerissen, dass man euphorisch war, nachdem man gesehen hat, wie sich die Rote Armee in Polen geschlagen hat und wie sie sich in Finnland geschlagen hat, war man natürlich noch siegesgewisser. Also man hat gesagt, das kriegen wir locker hin. Okay, wenn die Finder sind. Man muss nur die Tür eintreten und das ganze Gebäude fällt in sich zusammen. Ja, der Koloss auf tönenden Füßen. Aber wie gesagt, das war ja auch keine dumme Idee. Selbst ausländische Geheimdienste haben gesagt, naja, es wird ja geben das so weiter nur in vier Wochen, wenn es hochkommt, nach den ersten Tagen der Kämpfe. Ja gut, die haben der Ukraine auch 72 Stunden gegeben. Ja, ja, na klar. Aber du weißt, was ich meine, ne? Die waren nicht die Einzigen, die gesagt haben, eujejeje. Nee, nee, die westlichen Alliierten haben gesagt, okay, die Deutschen sind bis jetzt unbesiegt und nicht mal die Briten haben das gepackt. Viel Glück, Ivan. Ja. Magst du vielleicht noch was zu dem Thema sagen, das passt vielleicht ganz gut, weil du vorher von der Ideologie gesprochen hast, der Generalplan Ost. Du hast noch was über den Mythos erzählt dazu. Gibt es ja auch ganz viele, ganz viele Dinge. Generalplan Ost sah vor, den größten Teil der Bevölkerung Osteuropas entweder zu töten oder zu versklaven. Ich müsste jetzt lügen, aber ich meine 30 Millionen von, ich glaube, 50 Millionen Polen sollten 30 Millionen getötet werden. Das nagelt mich jetzt nicht auf Zahlen fest, also auf jeden Fall ging es darum, den größten Teil der Bewohner Osteuropas zu töten oder zu versklaven. Komme ich auch noch mal weiter drauf zu, wenn wir Thema, was sollte nach Barbarossa oder nach einem deutschen Sieg im Osten passieren, gehe ich da noch weiter drauf ein. Achso, wenn du willst, mach das gerne jetzt, weil jetzt, wir haben ja vorher über Ideologie gesprochen, vielleicht können wir einfach über den Plan reden, was wäre der Plan gewesen. Also tatsächlich war es nicht der Plan, die Sowjetunion in Gänze zu erobern. Man hielt das für unrealistisch und mit den momentanen Mitteln, die man hatte, nicht durchführbar. Was anvisiert war, war die sogenannte Achan-Gels-Astrahan-Linie. Achan-Gels ist ganz oben hoch im Norden, am Polarkreis quasi, und Achan-Gels-Astrahan ist noch etwas unter Volkograd, also Stalingrad und Grenze ans Kaspische Meer. Das war die Linie, die man halten wollte. Und wie wollte man das halten? Da gibt es eine sehr interessante Dings. Johnny, du kennst dich ja auch noch so ein bisschen mit Römern aus. Sag dir eine Veteranenkolonie etwas. Ja. So, und genau das war Himmlers Plan für die Sowjetunion nach dem Krieg. Also Soldatendörfer im Osten. Sogenannte Wehrdörfer. Sogenannte Wehrdörfer. Also die hatten halt ihren ganzen Kram da, den sie halt bräuchten. Man wollte da deutsche Siedler ansiedeln, gerne SS-Männer und ihre Familien in sogenannten Wehrdörfern. Müsst ihr euch vorstellen, wie so ein, ja, quasi wie so ein mittelalterliches oder frühmittelalterliches Dorf, so mit Zaun drum und hast du nicht gesehen. Da sollten dann halt wie auf Plantagen quasi die die versklavten in Anführungsstrichen Untermenschen arbeiten und der Herr würde dann quasi wie so ein feudalherr, das war ja so feudal ausgerichtet. Weil du die Leibeigenen hast, diese versklavten Völker und dann diesen Kriegeradel, die SS quasi als Kriegeradel. Ja. Ich hab übrigens gerade hier die Zahlen, ähm, was vorgesehen war, war Vernichtung oder Vertreibung von 80 bis 85 Prozent der Polen. Vernichtung oder Vertreibung von 50 bis 75 Prozent der Tschechen, Vernichtung von 50 bis 60 Prozent der Russen im europäischen Teil, weitere 15 bis 20 zur Verlegung in den Osten und Vernichtung von 25 Prozent der Ukrainer und Weißrussen und weitere 30 bis 40 Prozent der Ukrainer und Weißrussen sollten in den Osten ausgewiesen werden. Das sind mal verrückte Klackenspieler. Das sind Summen. Oh, das ist ganz so. Entschuldigung, wenn ich jetzt lache, das ist ein Zitat aus diesem Film, die Wahnsinn-Konferenz. Dazu, warum ich da lache, da müssen wir mal ein History behind zu machen, das ist einfach wirklich so krank. Also es geht um Folgendes, halt eingezogener jüdischer Besitz sollte nach einem Vorschlag, ich weiß gar nicht, wer den Vorschlag gemacht hat, aber sollte halt den quasi den Verbündeten als Kopfgeld quasi bezahlt werden für jeden Juden, den sie ausweisen und an die Deutschen quasi übergeben. Und der Ende zählt so oft, das sind ja so viele Juden. Das sind Summen. Von wegen, dass er die Hand drauf haben will. alle diese Schweine, Alter, ohne Witz. Ja, das ist der Also das war das Wahnsinn-Konferenz öfter auf die, das History behind, da freue ich mich drauf. Ja, ich habe das glaube ich zu oft gesagt. Es ist so unfreiwillig komisch. Ja, weil es so surreal ist, wie die darüber reden, dass es so wird. Es ist halt The Office, so ein bisschen oder so Stromberg-mäßig, so nonchalant-mäßig und wenn du dann, das ist so, ich glaube für jemanden, der jetzt den den Zusammenhang nicht kennt und des Deutschen auch nicht mächtig ist, ist das wahnsinnig witzig. Ja, also wie gesagt. Nur wie diese Untergang-Dinger, weißt du, wir finden die jetzt nicht so witzig, weil wir Deutsch können, aber weißt du, wie ich meine. Also, nochmal zum Generalplan Ost, ich glaube, da sollte es ja auch so sein quasi, dass die Idealvorstellung war, dass jeder denn, der denn irgendwie zur SS kommt, soll erstmal irgendwie sechs Monate dann an die Ostfront geschickt werden, zum, weißt du, damit er sich wirklich stark gemacht wird und dann da so ein bisschen patrouilliert und seine Ausbildung da hat und dann sollte er irgendwann da angesiedelt werden oder zurückkommen ins Reich als Beamter dann. Aber jeder, es war irgendwie vorgesehen, dass jeder Mann da irgendwie seinen Wehrdienst versieht an der Ostgrenze des Reiches. Na, das wird so ein bisschen wie das angeteasert in Vaterland von, ich glaube, 1995 ist der. Ja. Vaterland wird das so ein bisschen angeteasert, wo dann halt gesagt wird, nach der, nach der, nach dem Fehlschlag der alliierten Invasion und sowas, nur die Russen führen noch einen verzweifelten Partisanenkrieg. Ach so, ja, genau. Wird ja im Vorspann gleich gesagt. Ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Man wollte eine blutende Grenze erschaffen. Bewusst, ja. Auch um die eigenen Leute zu stehlen, weil die ja keinen Krieg mehr haben und sowas. Ja, müsst ihr euch vorstellen, ein weiterer Kernpunkt nationalsozialistischer Ideologie ist der Kampf. Der Kampf und die Überlegenheit. Also es ist nicht einfach nur ich bin stärker als du, sondern ich bin stärker als du, weil ich ideologisch gefestigt bin, weil ich diese quasi diese Herausforderung, mich diesen Herausforderungen stelle, die das Leben bringt. Deswegen bin ich stärker als du und deswegen sind wir überlegen. Diese rassische ideologische Überlegenheit ist ein Kernmerkmal des Nationalsozialismus und da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt hatte. Du kannst den Zweiten Weltkrieg, gerade den Konflikt, den Deutschland geführt hat, nicht sehen, ohne die Politik zu sehen, weil der ideologische Faktor ist, der Ostfeldzug im Besonderen war als Krieg der Ideologie, als Vernichtungskrieg konzipiert und auch durchgeführt. Das war jetzt kein konventioneller Krieg, wie man ihn in Frankreich geführt hat, das war kein konventioneller Krieg, wie man ihn nachher an der Westfront geführt hat, wo es noch einigermaßen human zu ging, sondern das war von Grund auf gesagt wurde, wir ändern sogar die Kriegsgerichtsbarkeit, ihr könnt mehr oder weniger machen, was ihr wollt. Man hat dem Ganzen schon mal so ein Vorweg-Ding genommen in Polen, wo Hitler ja gesagt hat, man könne so einen Krieg nicht mit Heilsarmee mit Toten führen, wo er die SS in Schutz genommen hat, weil sich Wehrmachtsoffiziere beschwert haben, dass die SS dort wie die Goten wüten würden. Und Hitler dann gesagt hat, man könne so einen Krieg nicht mit Heilsarmee Methoden führen und entsprechend die SS unter eine eigene Gerichtsbarkeit gestellt hat und nicht mehr unter die Gerichtsbarkeit der Wehrmacht. Ja. Das ist echt krass. Hast du noch was zum Generalplan, sonst würde ich mit meinem Mythos weitermachen? Bitte. Und zwar, ich habe immer wieder gehört und immer wieder gelesen, die Rote Armee war der Wehrmacht zahlmäßig überlegen, wenn es ums Thema Unternehmen Barbarossa geht. Und das ist mitnichten der Fall. Es ist tatsächlich so, wir reden jetzt hier von der Westgrenze des Reiches der Sowjetunion, im Osten gab es auch noch Truppen und im Hinterland gab es strategische Reserven, aber die Feldheere, die wirklich an den Fronten standen, da waren die Achsenmächte deutlich überlegen an Zahl. Die Rote Armee, also ich nehme jetzt die Zahlen von David Glantz, das ist einer der renommiertesten amerikanischen Historiker zum Thema Ostkrieg. Wie Marvin ja schon gesagt hat, das Thema Ostkrieg ist in Amerika super lange unbekannt gewesen und David Glantz hat sich da wirklich reingearbeitet und hat Bücher geschrieben, die es leider immer nur noch im Englischen gibt, die sind noch nicht übersetzt, aber die wirklich zu dem wahrscheinlich renommiertesten zählen. Und er sagt, die Rote Armee hatte an der Westfront 2,78 Millionen Soldaten und die Achsenmächte hatten 3,76 Millionen, also fast eine Million Mann mehr und das erklärt letzten Endes auch das sind wirklich Summen, wie dieser massive Durchbruch gelingen konnte, weil es einfach auch eine absolute zahlenmäßige Überlegenheit war, das heißt, die Wehrmacht ist auch durch Stellen durchgebrochen, wo einfach auch keine Truppen waren, wo du eine leichte Truppensammlung hattest, die du durchbrechen konntest und dann sind sie halt vorgerückt. Andererseits komischerweise wird immer gedacht, ja, diese Rote Armee hatte halt einfach so ein Massenheer, was die Deutschen in Niederringen mussten an der Grenze und dann sind sie halt super leicht vorgerückt und das sind so ein bisschen, wird es ja als leichte Siege bezeichnet, diese Anfangsphase, was quasi der nächste Mythos ist. Man muss sich nämlich vergegenwärtigen, das war nicht leicht, was da passiert ist, also ich bringe mal ein Beispiel, ich lese gerade das Buch War on the Eastern Front und da geht es hauptsächlich um den Panzerkampf und das ist wirklich sehr interessant. Die meisten von euch kennen bestimmt diese Geschichte, dass es da mal ein KV-1, KW-1 Panzer gab, die die Panzerjäger nicht knacken konnten und dann haben die halt ewig gebraucht und dieser KW-1 hat sich da einfach noch tagelang gewehrt, obwohl die Ketten schon zerschossen waren. War das nicht so, dass dieses Ding einfach die Heeresgruppe Mitte einfach den ganzen Tag aufgehalten hat? Nicht die ganze Heeresgruppe Mitte, aber eine Division auf jeden Fall und was ganz viele nicht wissen, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass die Rote Armee schon T-34 hatte, hunderte Stück im Einsatz und im Nordbereich bei der Panzergruppe Kleist war es so, war das Panzergruppe Kleist, egal, bei der Panzergruppe, die im Norden war, war das so, dass die vorgerückt sind und sie sind einer deutschen Infanterdivision zur Hilfe gekommen, die zwar Panzerabwehrwaffen hatte, aber die ist von 30 T-34 angegriffen worden und die sind überrollt worden und geflohen in Angst, weil die nicht wussten, was hier los ist, weil die sind nämlich mit drei verschiedenen Panzern angegriffen worden, Panzerrat mit dem KW-1, KW-2 und T-34 Panzern, die sie alle nicht kannten, die haben die noch nie gesehen und die haben mit ihren Panzerabwehrwaffen auf die geschossen und es hat nichts gebracht und sind dann geflohen, als dann die deutschen Panzer kamen, haben die festgestellt, oh wait, was ist das, sind auch erstmal abgedreht, weil sie überhaupt die Lage nicht überblicken konnten und es ist dann erst gelungen, diese russischen Panzer aufzuhalten, weil ein Teil von ihnen an technischen Mängeln und an Spritmangel liegen geblieben ist, denn die Sowjets hatten ironischerweise auch einen massiven Spritmangel Das ist ganz interessant, das habe ich mal gesehen bei Military History Visualized, meine ich, war das und da haben die unter anderem eine Auflistung gemacht, was denn verfügbar wäre, ich meine, das war das 32. mechanisierte Core und die hatten an Diesel 15 Prozent, was sie haben sollten. 15 Prozent an normalem Sprit, also sage ich jetzt mal Benzin, 7 Prozent, Panzergranaten, 23 Prozent. Aber weißt du woran, das lag nicht daran, dass sie das nicht hatten, sondern... Nein, das lag daran, dass sie das nicht von A nach B gekriegt haben. Ja, ja, aber das Zeug war ja alles da, die sowjetische Doktrin war nur, okay, wir gehen ja davon aus, dass wir in den ersten Tagen, wenn wir angegriffen werden, bereiten wir unseren massiven Gegenangriff vor an der geeigneten Stelle und die haben halt gesagt, naja, es wäre ja schlecht, wenn sie unsere Depots überrennen. Also für die mechanisierten Core im Norden war das große, die großen Reserven waren alle bei Riga und jetzt versuch mal, wenn plötzlich sich drei mechanisierte Core im Kampf befinden und alle schreien nach Sprit und Munition, die Russen waren ja nicht mit LKWs motorisiert, das kam ja erst im großen Maßstab durch die Amerikaner, versuch das mal mit Zügen da hinzubringen. Das ist ja gar nicht möglich. Aber Laptis hat doch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das war der nächste Mythos vielleicht. Aber um die Geschichten auch zu Ende zu bringen, die T-34 konnten dann um Wunder, um Wunder natürlich erst durch herangezogene Flak 88 bekämpft werden und die, die dann nicht liegen oder durch technische Menge liegen geblieben sind oder durch Spritmangel, die wurden dann von den 8-8 dann zerstört und dann sind die Deutschen weiter vorgerückt. Obwohl ich da Unterschiedliches gelesen habe, es gibt ja so diese, diese, im Englischen nennt man das Tank 4, die einen sagen halt im Bereich Heeresgruppe Mitte, die haben ein paar vereinzelte T-34 haben sie gehabt und die haben sie dann, entweder haben sie die umgangen und dann hat sich die Infanterie drum gekümmert oder die sind halt drauf losgestürmt, haben da irgendwie, weiß ich nicht, dadurch, dass die ja so, so, gerade in der Anfangsphase unglaublich schlecht geführt waren, haben die sich teilweise selber ausgenockt. Ja, ja, das war mega krass und natürlich, da habe ich einen Vorfall, warte ganz kurz, ganz kurz noch, das müsst ihr euch vorstellen, ja klar, viele wissen, die hatten keine Funkgeräte, manche Panzer hatten Funkgeräte, die meisten keine, das heißt, die haben mit Fahnen sich Signale gesandt, mit Fahnen und die meisten hatten auch keine Karten und wenn sie Karten hatten, hatte ich Marvin vor schon erzählt, ganz viele von dem Unteroffizierschor sind nicht über die vierte Klasse hinausgekommen tatsächlich, die waren sehr, sehr ungebildet und die konnten keine Karten lesen, selbst wenn sie die Karten hatten, das heißt, sie sind kreuz und quer durchs Gelände gefahren und, ja, das ist also unfassbar, ne? Da gibt es auch eine Anekdote, ich meine, das war sogar während Stalingrad, dass da, die, die, Sichtweite in einem T-34 ist quasi null, also du siehst in dem Ding fast nichts. Deswegen haben die auch oft rausgeguckt, ne? Ja, und das nächste Ding ist, da hat, während, während einer sehr, sehr dunklen Nacht ist einfach ein T-34 mehrere Kilometer hinter der deutschen Panzerkolonne hergefahren und hat nicht gemerkt, dass es nicht seine eigenen sind. Okay. Der hat sich da, der hat sich da brav eingereiht, bis es dann nachher, bis sie eine Pause gemacht haben, der Typ nach vorne gegangen ist, wollte gucken, wie geht das jetzt hier weiter und da stand auf einmal ein Haufen Deutsche vor ihm. Ja, weißt du, wie sowas auch möglich ist? Das war nämlich ganz viel, ganz oft die Doktrinen, dadurch, dass sie keine Funkgeräte hatten, hieß es, gut, ihr fahrt dem Führungsfahrzeug hinterher. Das führt euch jetzt zum Kampfplatz oder zum, zum Gefechtsfeld. Das heißt, da sind sie einfach 30 T-34, dem Führungs-T-34 hinterher gefahren. Der wusste, wo es lang geht, weil da war ein Offizier drin, der konnte Karte lesen, Karte lesen, konnte vielleicht mit der Zentrale irgendwie funken, mit dem Regimentskommager. Tatsächlich, das Führungsfahrzeug hatte ein Funkgerät. Ah ja, genau. Aber rate mal, welchen Panzer du zuerst abschießt, wenn du eine Panzerkolonne angreifst. Natürlich den ersten. Und die Funkgeräte waren auch schlecht, die waren auch nicht gut. Hingegen nochmal den Vergleich, wer es nicht weiß, die deutschen Panzer, jeder Panzer hatte ein Funkgerät. Die hatten auch interne Kommunikation. Die hatten auch interne Kommunikation. Das hatten die Russen auch nicht. Da war das teilweise so, dass der Kommandant dem Fahrer für Richtungswechsel auf die Schulter gestiegen ist. Ja. Dass er ihm quasi ins Kreuz getreten hat, wenn er anhalten sollte. Schulter links, Schulter rechts. Ja, ja. Klapps auf den Kopf, wenn er vorwärts fahren soll. So eine Geschichte. Das war halt sehr, sehr primitiv. Wenn du halt auf Masse baust. Deswegen haben sie ja Masse gebaut, letzten Endes. Das Ding ist einfach, da gibt es so eine interessante Geschichten. Und zwar, warum haben die Deutschen eigentlich den Panzer III noch so lange nutzen können? Selbst bei Stalingrad, der größte Teil waren ja Panzer III mit 50 mm Panzergranaten. Ja. Die Russen haben den Stahl überhärtet. Mhm. Also es gab, ich glaube, das hieß Tank Factory 70, glaube ich, also Panzerfabrik 70. Müsst ihr euch vorstellen, es ist ein riesiger Komplex. Es ist ein riesiger Komplex. In Deutschland wäre das eine Großstadt. Mhm. Und die haben 70 Prozent der, nee, Panzerkombinat 4, glaube ich, war das, 70 Prozent der T-34 hergestellt. Alter, was war das für eine Anlage? Das war ein riesen Komplex. War die dann hinterm Ural oder wo war die? Ja, die haben sie da aufgebaut. Riesending, also wirklich eine Großstadt, muss man sich vorstellen, als Fabrik. Ja. Die haben da Tag und Nacht Dinger rausgehauen. Das Problem ist nur, erstmal, die hatten keine, keine Leute, keine ausgebildeten Schweißer. Das heißt, du nimmst dir irgendeinen Uralbauern, drückst ihm ein Schweißgerät in die Hand, sagst ihm, du schweißt mir heute da 50 Dinger zusammen und dann geht das los. Die Schweißnähte waren komplett heiße. Also ich war mit meinem Vater, war ich im, mein Vater ist seit über 40 Jahren ein Metaller. Der ist Schweißer, der hat jede Schweißqualifikation, die du dir denken kannst. Sagt er, ich hab noch nie so eine beschissene Schweißnähte gesehen. Also wirklich nur einen hingekleckst, das war teilweise auch nur Punktgeschweißt, das war nicht durchgängig geschweißt, sondern einfach nur so Punktschweißen, damit das irgendwie zusammenhält. Ja, aber es war ja auch ein bisschen die russische Doktrin, es waren ja quasi Wegwerfpanzer, die waren ja auch nicht gedacht zum Reparieren. Ja, aber auch die waren sowas von schäbig, da gibt es ein interessantes Dokument von der NVA, wo sich halt beschwert wurde, dass die T-34-Panzer, die man aus der Sowjetunion gekriegt hat, mit den Panzern, die man von der Volksrepublik Polen gekriegt hat, überhaupt nicht vergleichbar sind. Weil die so schlecht gearbeitet sind. Und so kam das nämlich, dass wenn du mit einem Panzer-3, mit einer Panzergranate auf einen der T-34 aus dieser Fabrik geschossen hast, dass einfach die scheiß Hülle gebrochen ist. Das siehst du ganz häufig, dass die irgendwie riesige Risse haben in der Wanne drin. Weil sie den Stahl überhärtet haben und überhärteter Stahl wird spröde. Und dann haben die da reingeschossen, da war halt ein kleines Loch drin, aber die ganze scheiß Wanne ist gebrochen wie Glas. Weil das so primitiv gearbeitet war. Oder wie gesagt, einfach so Punkt geschweißt hat. Du hast halt einen Volltreffer in den Turm gekriegt und dann ist der Turm auseinander gefallen, weil die Nähte das nicht ausgehalten haben, diese kinetische Energie, die da aufgekommen ist. Dann sind einfach die Nähte aufgegangen und da ist das Ding in seine Einzelteile auseinandergefallen. Ja, schon heftig. Kannst du jetzt natürlich sagen, gut, die Deutschen haben es zu präzise gemacht. Die haben ja manufakturmäßig gearbeitet fast. Nicht fast haben sie eigentlich. Haben sie, ja. Sehr, sehr viele Spär hat es ja versucht, später umzustellen, aber das natürlich hat eine Fabrik einen Panzer gebaut, was natürlich dumm ist und später versucht in vielen Bereichen umzustellen, dass bestimmte Fabriken bestimmte Teile bauen und man setzt es woanders zusammen. Was natürlich, das heißt, du brauchst immer das Gleiche, ne? Ich finde das interessant, dass Hitler so fasziniert war von Henry Ford, aber diese Grundmechaniken von Ford nicht übernommen hat. Was heißt Hitler? Hitler hat ja quasi der Industrie, die hat gesagt, produziert Panzer und die haben Panzer produziert und Krupp hat gesagt, wir bauen jetzt unseren Panzer und gut ist, aber ja. Henschel hat gesagt, wir produzieren unseren Panzer, Forscher hat gesagt, wir produzieren unseren Panzer. Porsche war sich so sicher, dass er den Vertrag kriegt mit der Wehrmacht, dass er schon mal 40 Türme gebaut hat. Eigentlich wäre das auch mal ein schönes Video, ne? So die deutsche Kriegsindustrie. Ja, das können wir sehr gerne mal machen. Da hätte ich Bock drauf. Das ist, glaube ich, interessant. Noch mal eine Sache kurz zur zahlenmäßigen Überlegenheit der Roten Armee, dann können wir zum nächsten Thema sprechen. Das kam jetzt nach, Charlie Gart. Ja, ja. Erst mit dem totalen Krieg dann. Danach können wir weiter, also Rote Armee zahlenmäßig überlegen. Warum auch dieser Eindruck, glaube ich, entsteht, ist halt, dass quasi nach dem müsst ihr euch ja vorstellen, wenn das 2,7 Millionen Mann waren, ihr kennt die Gefangenenzahlen, ihr kennt die Verluste der Roten Armee, das heißt, diese Ursprungsarmee, die alte Armee von 41, ist einmal komplett aufgerieben worden. Und die Leute denken natürlich jetzt, okay, die müssen ja Menschen machen, dass da immer mehr nachkommt und immer mehr nachkommt, aber tatsächlich, das hatte ich schon mal wann anders erzählt, das war der sowjetische Masterplan. Man ist davon ausgegangen, dass in den ersten Kämpfen die Ursprungsarmee, die man aufgestellt hat, aufgerieben wird. Das heißt, man brauchte so viele Reservisten, dass man die gleiche Armee einfach aus dem Boden nochmal stampfen konnte, was sie dann auch getan haben. Und tatsächlich war es ja so, dass in der russischen und sowjetischen Armee du relativ lange gedient hast, dann warst du Reservist. Das heißt, sie hatten ein unfassbares Potenzial an Reservisten, die schon mal Kriegserfahrung hatten. Und das ist ja der große Vergleich zur Wehrmacht, warum die Wehrmacht tatsächlich einfach ihre Verluste und nicht mehr ersetzen konnte, weil wir ja das Thema hatten, der Angriff, die haben die Russen einfach überrollt. Nee, die haben bis ja fast März 42 haben die über eine Million Mann verloren. Eine Million Mann, ein Drittel des ganzen Angriffsheeres haben die verloren, weil die Russen immer neue Truppenverbände aufgestellt haben und gegen Angriff auf gegen Angriff auf gegen Angriff geführt haben. Klar, die waren unkoordiniert, die waren nicht, also taktisch nicht gut gemacht, aber trotzdem hält sich das ja aus und trotzdem, wie es Friedrich der Große schon gesagt hat, wussten die trotzdem in jedem Grabenrennen alle Russen rausziehen, gefangen nehmen, erschießen oder ja. Mit dem Bajonett rausjagen. Mit dem Bajonett rausjagen. Das war ja das, was auch ganz, ganz groß war, wo sie Leningrad angefangen haben zu belagern, wo der Ring noch nicht zu war. Da haben sie Marine Infanteristen anrennen lassen gegen Deutsche auf erhöhter Position, gegen deutsche Stellung auf erhöhter Position. Da ist die Elite der russischen Marine Infanterie verblutet. 50.000 Mann. Und das hat absolut nichts gebracht. Naja, es hat die Deutschen aufgehalten. Ja, aber auch nicht lange. Ja, aber so war die Rechnung. Und die Deutschen haben ja auch Verlust erlitten. Also man hat ja gesagt, die Russen tauschen Blut gegen Zeit. Ja. Weil man halt Zeit erkaufen wollte, auch um die Industrie zurück, also was heißt zurück, dass man die Industrie in den Ural verbrachten kann. Dafür brauchte man halt Zeit. Und die hat man sich dadurch erkauft. Dass man halt gesagt hat, okay, wir tauschen Blut gegen Zeit. Ja. Weil das wäre, zum Beispiel, das hätte die Wehrmacht, hätte das nicht gemacht. Garantiert nicht. Meinst du, die hätten den Ruhr, äh, die hätten geguckt, dass sie irgendwie, irgendwie Opferkämpfe machen, nur damit Siemens sich halt, was weiß ich, irgendwo im Harz ansiedeln kann? Glaube ich nicht. Was haben sie später gemacht? Um Schlesien noch zu erhalten als Rüstungsgebiet oder irgendwelche Mangangruben? Hatte es leider auch 10.000. Kohle war, Schlesien war halt wichtig wegen der Kohle. Ich meine in der Ukraine noch, dass man irgendwelche Mangane, Erzgruben schützen wollte, hat man auch 10.000 Männer verheizt, wenn man dann die Rüstungsindustrie noch länger laufen lassen konnte. Das waren aber Ressourcen, die man brauchte. Das war tatsächlich, okay, wir müssen jetzt die ganze Industrie Stein für Stein abbauen und im Ural wieder zusammensetzen. Was die gemacht haben, ja. Obwohl, das ist eine, wenn du dir mal überlegst, was das für eine scheiß logistische Aufgabe ist, diese ganzen Maschinen verladen. Mhm. Diese ganzen Maschinen verladen, die haben ja, die haben ja ganze Hallen leer gemacht. So Hallen, die schon ewig gestanden haben, Charkov, haben sie nicht mal ansatzweise leer gekriegt. Das war ja immer noch ein wichtiges Rüstungszentrum. Deswegen haben sie da, glaube ich, vier oder fünf Mal drum gekämpft. Wie viele Schlachten um Charkov gab es? Ich glaube, vier? Drei, glaube ich, ne? War die vierte? Die vierte haben sie es dann letztendlich eingenommen? Ich weiß nicht genau. Es gab ja die erste, das war ja Barbarossa. Dann gab es halt den ersten Rückeroberungsversuch. Dann kam die dritte Schlacht um Charkov. Das war Hitlers Rache für Stalingrad. Mhm. Wo er dann gesagt hat, so jetzt habe ich die Schnauze voll, Dietrich erobern sie Charkov zurück. Jo, kriegen wir hin. Ja. Haben sie dann auch gemacht. Und dann, da ist mir so dieses Zitat von Kurt Sametreiter. Da war ja Panzerregiment 1, Leibstandard, Adolf Hitler. Mhm. Unser Panzerregiment ist zu 90% aufgerieben worden. Zu 90%. Ach der, ja. Okay, ja noch. Äh, ich beantworte mal. Muss man mal überlegen, 90% Verluste. Ey, das ist super krass. Das war, für die SS war das vollkommen akzeptabel. Jaja. Den Tod nehmen und den Tod geben, ja. Der Wahlspruch, der war von der SS. Äh, ich beantworte mal ganz kurz eine Zwischenfrage hier von NARU MC. Habt ihr Infos dazu, warum überhaupt ein VG Frankreich entstehen, oder entstanden ist, anstatt gleich ganz Frankreich zu besetzen? Äh, kann ich dir ganz schnell beantworten. Äh, einfach, aus dem ganz einfachen Grund, Frankreich komplett zu besetzen, wäre, hätte noch mehr Truppen gebunden und ganz, ganz wichtig, so konnte man Vichy-Frankreich die Kontrolle über die Kolonien geben, die in Reichweite waren, das heißt in Nordafrika und in Syrien. Ähm, und das war dann quasi unter französischer Verwaltung und aber trotzdem de facto mit deutschem Zugriff, wenn man so will. Das war aber auch so, das ist eigentlich ein ganz interessanter Kriegsschauplatz gewesen, weil, du musst dir vorstellen, in Syrien haben ja freie Franzosen gegen Vichy-Franzosen gekämpft. Oh, das können wir auch noch machen, ja. Weil, weil die nicht kapitulieren wollten, die haben halt gesagt, wir sind loyal zur Regierung und die Regierung ist Vichy. Teilweise, lustigerweise, die Alliierten waren bereit gewesen, die Vichy-Regierung anzuerkennen. Nachdem sie aber erst die Flotte weggebombt haben. Nein, auch, nee, vorher noch. Das waren ja die Briten, die die weggemacht haben. Also, tatsächlich war in der Anfangszeit, bevor de Gaulle seine Reden im Radio gehalten hat, war das so, dass Vichy tatsächlich die einzige legitime Regierung war. Und Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten waren gewillt, Vichy als legitime Regierung Frankreichs anzuerkennen. Ja, ja, ja. Weil, wer war de Gaulle? Ich meine, Pétain war ein verdammter Kriegsheld. Aber wer ist de Gaulle? Ja. Also, man wusste halt, Pétain hat sich ja eine Reputation erarbeitet, der war ja Kriegsheld im Ersten Weltkrieg schon gewesen. Mhm. Und auch entsprechend bekannt und auch, ja, in der Anfangszeit natürlich auch verehrt. Mhm. Nachher irgendwie nicht mehr so, nachdem er dann mit den Deutschen kollaboriert hat, ging das so weiter Richtung Null. Aber so in der Anfangszeit, bevor de Gaulle so wirklich ins Rollen kam, bevor die ganze Sache mit de Gaulle angefangen hat, die waren in der Lage oder bereit dazu, Pétain zum Führer Frankreichs zu machen. Mhm. Ja, klar. Und das hat, das hat, das ist ganz interessant, wo Eisenhower nachher Präsident war, als Präsident. De Gaulle hat ihm das nie verziehen. Nie. Mhm. Die haben sich gehasst. Also ich meine, de Gaulle hat sich sowieso mit jedem angelegt. Ja, ja. Der war krass. Also, Frankreichs Nachkriegspolitik ist eigentlich auch ein interessantes Thema, weil das so eine Shitshow war. Weil da so viel gekränkte Ehren und Stolz noch mit da drin war, dass sie sich halt anhören mussten, ja, ihr wart doch die Ersten, die den Schwanz eingekniffen haben, wo die Deutschen kamen. Ja, Frankreichs Nachkriegsgeschichte ist heftig. Wo sie denn, wo sie dann versucht haben, ihre Reputation reinzuwaschen, indem sie gefühlt jede Kolonie, die abtrünnig geworden ist, wieder zurückhaben wollen. So, jetzt ist hier eine Grand Nation, ihr Ficker. Kleine Werbung an der Stelle, auf unserem YouTube-Kanal findet ihr ein Video und zwar Deutsche in der Fremdenlegion. Da geht es, ja, im Wesentlichen auch um den Krieg in Indochina, den Frankreich mit der Fremdenlegion geführt hat. Die mehrheitlich aus deutschem Bestand zu der Zeit? Ja, nicht mehrheitlich, aber da waren einige Deutsche dabei. Teilweise, teilweise zwei Drittel der Einheiten. Ja, auch einige. Hör dir einfach mal die Legion marschiert an, das klingt schon vertraut. Ja, das stimmt. Dann lass uns mal zum nächsten Thema springen, weil wir haben noch einiges vor uns. Moskau hätte Priorität sein sollen, hast du mir als Mythos genannt, haben die Leute gesagt. Wie gesagt, ich gehe jetzt, das hat keiner von euch gesagt, das hat auch keiner, ich schätze unsere Zuschauer auch nicht so ein, aber es war halt auch eine Sache, die in den Kommentaren drin stand zu diesem Video oder zu diesem Kanal, war halt, Moskau hätte Priorität sein sollen. Unsinn. Also selbst Hitler war sich im Klaren, dass Moskau für die Russen nicht so eine Prämisse hatte, nicht so wichtig war, dass sie jetzt gesagt hatten, okay, ja, nice try, aber jetzt ist Moskau ja weg, also können wir es auch lassen. Es war eher Halder und so, die gesagt haben, oder Zeitzler, glaube ich noch, oder Halder, einer von den beiden, die gesagt haben, maybe we're listening. Halder, Zeitzler war, war später der, das ist schon. Zeitzler wurde ja erst geholt, nachdem man Halder einkassiert hatte, nach dem Debakel in Stalingrad. Ja. Und er war ja so ein Vertreter, davon hat gesagt, wir müssen die Hauptstadt einnehmen. Wir müssen Moskau einnehmen. Aber jeder, der sich mit der russischen Geschichte auskennt, der weiß, dass die Russen sagen, ja gut, dann nimmt doch Moskau. Das heißt für uns nichts. Also tatsächlich wäre es, ist es fraglich, weil Stalin hatte gesagt, er bleibt in Moskau. Ja. Stalin hat gesagt, ich bleibe definitiv in Moskau. Also ganz kurz, für die, die nicht wissen, die Deutschen haben sich tatsächlich dann, nachdem sie zuerst in die Ukraine abgeschwenkt sind, auf Hitlers Befehl hin, haben sie sich dann Richtung Moskau gewandt, in der Oberödsunternehmen Taifun, haben noch zwei große Kästlenschlachten geführt bei Vyazma und Prijansk, haben die Russen geschlagen und haben dann zum Sturm auf Moskau angesetzt. Und das ist jetzt gerade die Stelle, die Marvin beschreibt. Alle fliehen und Stalin sagt, ich bleibe in Moskau. Tatsächlich war das so, also Stalins Zug war jederzeit abfahrtbereit, um ihn hinter den Ural zu verlegen. Stalin hat aber mehrfach gesagt, nein, mache ich nicht. Ist er nicht sogar einmal durch den Zug gelaufen und dann wieder rausgegangen? Oder ist das ein Mythos? Es kann sogar sein, dass das ein Mythos ist, weil... Habe ich mal viel gehört, aber es kann ja auch so... Es kann sein, müsste ich jetzt aber auch noch mal gucken. Also auf jeden Fall war es so, Stalin wollte definitiv in Moskau bleiben. Ist jetzt die Frage, wenn die Deutschen weiter vorgerückt wären, ob dem so gewesen wäre. Ja. Und jetzt muss man sich überlegen, warum war Moskau... oder warum ist man nicht gleich durchgeprescht bis Moskau? Das ist eine interessante Frage, das ist eine interessante Frage und zwar Hitler. ganz, ganz, ganz doof gesagt Hitler. Weil Hitler gesagt hat, wir müssen die Ukraine sichern. Wir brauchen die Ressourcen, weil ich nicht noch mal so einen Hungerwinter wie 1917 erleben will. 1917, 1918. Und da ist ja noch mehr, da sind ja noch mehr Ressourcen. Ja, allgemein, aber Nahrung war tatsächlich eine der Prioritäten. Und dann das nächste Ding war strategischer Natur. Zwischen den Spitzen der Heeresgruppe Mitte und den Spitzen der Heeresgruppe Süd war ein 600 Kilometer feindliches Gebiet. Weil Heeresgruppe Süd, im Gegensatz zur Heeresgruppe Mitte, ist relativ gut vorangekommen. Die sind relativ schnell vorgerückt, mit relativ wenig Widerstand. Erinnert euch dazu ganz kurz an, was ich vorher gesagt habe. Stalin ist davon ausgegangen, deutsche Armee wird die Ukraine mit den meisten Kräften angreifen. Deswegen haben sie dort die stärksten Truppen konzentriert. Und deswegen ist die Heeresgruppe Süd auch nicht so gut vorangekommen. Richtig. Heeresgruppe Süd, wie gesagt, die hatten ein bisschen eine schwerere Zeit. Ein bisschen ist es deutlich untertrieben. Also die hatten ordentlich, ordentlich zu kauen da unten. Und sind halt nicht vorangekommen. Jetzt bestand natürlich die Gefahr, dass die Verbindung zwischen Heeresgruppe Süd und Heeresgruppe Mitte abgeschnitten wird. Weil du hast 600 Kilometer. Das ist eine ordentliche Entfernung. Das ist einmal fast von oben nach unten durch Deutschland quasi. Also das ist schon ein ordentliches Stück, wo man drin operieren kann als Gegner. Und da wurde halt gesagt, wir müssen erstmal der Heeresgruppe Süd zur Hilfe eilen und diesen ja, diesen luftleeren oder machtleeren Raum ausfüllen. Und wir müssen einschwenken, wir müssen die Ukraine sichern. Weil Hitler gesagt hat, wenn wir die Ressourcen der Ukraine nicht in Besitz nehmen, ist dieser Krieg sinnlos. Dann können wir Moskau dreimal erobern. Das bringt nichts. Wir kommen danach nicht mehr vorwärts. Man hätte quasi einen Pyros-Sieg geführt. Es wäre auf kurze Sicht haben wir einen Sieg. Aber im Nachhinein haben wir halt die Chance verbockt, die Ukraine zu nehmen und diesen Krieg wirklich wirtschaftlich zu machen. Weil Hitler eher darauf erpicht war, auch auf wirtschaftliche Sicht zu denken. Während der Generalstaat, dass ich hier jetzt Hitler in Schutz nehmen muss. Was heißt Schutz nehmen? Das ist einfach die Erklärung. Ja, aber das klingt so. Ich mache jetzt gerade des Teufels Advokaten. Aber das machen ja auch viele ausländische Historiker, die sagen, ja, weil es immer so dargestellt wird, Hitler war da nicht dumm. Er hat natürlich die strategische und sowohl die wirtschaftliche als auch die ökonomische Lage bedacht. Ja, das machst du halt als Militär nicht, weil jeder denkt erstmal in seinen Sphären und ein Militär denkt erstmal an militärische Ziele. Ja. Und eine Hauptstadt ist immer ein militärisches Ziel. Ja. Somit wurde dann abgeschwenkt. Ich meine, es war Panzergruppe Guderian, die dann eingeschwenkt ist. Ja, der hat ja noch getobt. Der wollte ja weiter nach Moskau. Der war ja auch ein Verfechter davon. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz einhaken, weil du es gerade gesagt hattest. Ah, jetzt ist es weg. Erzähl weiter. Ich komme gleich wieder drauf. Soll ich nochmal rekapitulieren? Nee, nee, nee. Erzähl mal weiter. Die schwenken nach Süden. Also Armeegruppe, ich meine, das war Guderian, also Panzergruppe Guderian, die sind eingeschwenkt nach Süden und haben dann die Ukraine gesichert. Weil, wie gesagt, ansonsten, Heeresgruppe Süd war nicht so gut drauf. Und das hat den Vormarscher auf Moskau verzögert. Jetzt muss man noch dazu sagen, es kam ja dann eine Gegenoffensive. Operation Taifun hat ja die Wehrmacht bis an die Tore Moskaus gebracht. Und die Beobachter, also die Aufklärungseinheiten, konnten schon die Zwiebeltürme der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz sich angucken, bei gutem Wetter. Und dann kam die russische Gegenoffensive. Und es wird immer gesagt, ich finde das auch in den Dokus immer so interessant, so, ja, und dann hat man frische, sibirische Truppen in die Schlacht geworfen. Okay, wo waren die Typen dann vorher? So, im Juni hat der Feldzug begonnen. Ende Juni hat der Feldzug begonnen. Mittlerweile haben wir Dezember. Wo waren die die ganze Zeit? Ich sag euch, wo die waren. Die waren an der Grenze zu China. Und Japan. Ja, Manchurei. China von Japan. Ja, genau. So. Und die haben da gechillt, weil die Japaner ja Grenzstreitigkeiten hatten mit der Sowjetunion. Das endete ja in der Schlacht um Chalking-Gul, wo die richtig gefressen haben, die Japaner. Die haben richtig auf die Schnauze gekriegt. Weil Infanterie gegen Panzerverbände ist keine gute Doktrin. Mhm. Also da kannst du noch so fanatisch sein. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat man tatsächlich in Japan die Armee bevorzugt. Also das Heer. Und hat gesagt, wir machen, was ihr sagt. Und ihr wollt jetzt quasi mit den Deutschen zusammen in die Sowjetunion einmarschieren und Sibirien sichern, damit wir da die Ressourcen kriegen. Jo, das ist so grundsätzlich der Plan. Dann kam die Schlacht um Chalking-Gul. Okay, das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Was hat dann die Marine zu sagen? Jo, wir erobern die ressourcenreichen Kolonien der Westmächte im Südpazifik. Jo, es gebombt, machen wir. Dann bomben wir die asiatische Wohlstandsfähre auf. Genau, dann machen wir erstmal das. Und die Armee so, äh, äh, okay. Man hat dann, man hat dann, äh, die Armee durfte ja auch China angreifen, aber es hat ja auch nicht so gut geklappt. Ne, tatsächlich, die Armee hat nicht China, die Armee durfte nicht China angreifen, der Kaiser hat sogar gesagt, Jungs, hört mal auf. Es hat halt keiner auf ihn gehört. Äh, stimmt. Das ist eigentlich auch, das müssen wir unbedingt übermachen, so der China-Feld, das ist, so diese, diese Eskalation, Marco Polo, äh, Brücken, äh, Zwischenfall. Das ist teilweise so ein gigantisches Meme, was da gelaufen ist. Mhm. Dass die halt überhaupt keinen Fick gegeben haben, die Typen. Da hat der Kaiser sich hingesetzt, gesagt, Leute, könnt ihr euch bitte beruhigen, packen wir unseren Scheiß zusammen, gehen wir zurück in die Mannschaften rein, es ist alles gut, es besteht kein Grund, in China einzumaschen. Ne, wir machen das jetzt, für den Kaiser. Ja, aber ich hab euch doch gerade gesagt, für den Kaiser. Ne, also, ähm, Achso, noch mal ganz kurz beim Abschwenken auf den Süden und in die Ukraine, ähm, hat die in Wehrmacht tatsächlich auch ihren größten Erfolg errungen, die haben 665.000 Rotarmisten gefangen genommen, in der Kesselschlacht um Kiew, ähm, ja, und haben quasi eine 400 Kilometer große Lücke in die sowjetische Front geschlagen, ne? Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, äh, weil du gesagt hast, die Hauptstadt einnehmen und ökonomische Ressourcen und Hitler war die Hauptstadt nicht so wichtig, denn die Doktrin im Osten war, man wollte jetzt nicht Raum erobern, sondern das Ziel war, die sowjetische Armee zu vernichten. Das heißt, man hat ganz gezielt darauf gesetzt, Kesselschlachten zu machen, Gefangene und, äh, so viele sowjetische Soldaten wie möglich zu töten und der Gegner war die Armee und nicht das Land. Ne? Das Land war nur quasi, was man halt besetzt hat, aber es war immer das Ziel, die russische Armee kampfunfähig zu machen. Das wollte ich vorhin erzählen. So. So, wie gesagt, die Japaner haben sich dann hingesetzt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil die Chinesen sind mittlerweile auch, oder beziehungsweise die Nationalisten unter, unter Chiang Kai-Shek, die, äh, KMT, die sind zum Gegenangriff übergegangen und die Japaner brauchten dringend mehr Soldaten in China. Dringend. Und man hat dann aus der Mannscherei 100.000 Soldaten abgezogen und hat sich dann mit den Sowjetzinnen gesetzt, passt mal auf, ihr habt gerade eine Menge Stress mit den Deutschen, wir haben gerade eine Menge Stress mit den Chinesen, wollen wir das nicht erstmal ad acta legen? Ja, ja, doch, das sind, das sind, äh, gute Konditionen, da gehen wir drauf ein. Und das haben sie aber erst gemacht, nachdem Richard Sorge, ein deutscher Spion in sowjetischen Diensten, aus Tokio gemeldet hat, dass die Japaner keine, ähm, Ambitionen hätten, die Sowjetunion anzugreifen, vorerst. Ähm, sie würden sich aber darauf einlassen, die Sowjets in Ruhe zu lassen, sofern die Sowjets ihnen freie Hand im Pazifik geben. Und darauf hat man sich dann geeinigt. Also haben die Sowjets den Amerikanern geschadet und die Japaner haben den Deutschen geschadet. Ja. Geht das Karussell des Schadensreiherum. Ja, und, äh, das gab den, den Sowjets natürlich die Gelegenheit, die Truppen, die jetzt noch im, im fernen Osten stationiert waren, nach Westen zu verlegen und das hat man getan und das war in der Hauptsache, Wieso denn nach Westen? Ich stehe tausend Meter vor Feind. Tausend Meter vor dem Kreml. Ähm, hat man aus dem, aus dem fernen Osten äh, Truppen abgezogen und nach Westen verlegt und diese Truppen haben nachher die, die Gegenoffensive von Moskau gestartet. Das war in der Hauptsache sibirische Gewehrdivision. Auf Skiern. Also Infanterie, Infanteriedivision, die, äh, an das Wetter gewohnt waren und auch hervorragend ausgerüstet und bewaffnet waren und die haben die Deutschen halt zurückgeworfen und tatsächlich war es dann so, dass Mannstein gesagt hat, wir müssen uns zurückziehen, wir müssen uns sofort zurückziehen und Hitler wollte halt ne, hat halt gesagt, nee, wir sterben, äh, wir kämpfen und sterben jetzt hier, ansonsten ist das Ding hier gelaufen, hat er einen Haltebefehl gegeben und das hat die Front stabilisiert und da musste der Generalstab eigentlich stehen, okay, wenn wir das so gemacht hätten, wie wir das wollten, dann wäre das Ding hier gelaufen. Ja, das war die große Gefahr und das war der erste große Gegenangriff, den die Wehrmacht erfahren hat und die Einheiten sind ja in der ersten Linie überrannt worden, sind getürmt ohne Ende ähm, und tatsächlich ist da ziemliche Panik im Generalstab ausgebrochen und tatsächlich sagen viele Historiker heute, äh, dieser Haltebefehl von Hitler hat tatsächlich die Frontstabe gesetzt. Ja, die Ostfront gerettet. Und das war das erste, das hat ihn nachher aber auch davon überzeugt, dass diese Wellenbrecher-Doktrin funktioniert. Ja, tragischerweise, ja. Für 100.000 Deutschlandsordaten. Ja, weil der halt gesagt hat, ja, ja, was ist, wenn wir eingekesselt werden? Ja, dann ist das halt so. Ja. Das ist zu proviantieren. Das ist vorzubereiten. ja, mit, äh, ja, okay. Mit was? Ähm, da wir noch ein paar Punkte haben, würde ich sagen, gehen wir mal am besten weiter. Äh, du hattest mir noch den Punkt genannt, äh, der da genannt wurde, äh, Hitler hätte den USA nicht den Krieg erklären sollen. Ja. Das ist ganz, das kann ich sogar ganz kurz, äh, äh, abhaken. Deutschland und die Vereinigten Staaten, oder das Deutsche Reich und die Vereinigten Staaten befanden sich seit dem 1. September 1939 im Kriegszustand, allerdings nicht im erklärten Kriegszustand. Das Ding ist einfach, Großbritannien hat Lieferungen erhalten aus den USA. Ähm. Schon bei Kriegsbeginn. Das haben sie halt gekauft und bezahlt. Erstmal. Ja. Das war übrigens auch ein Grund, warum sie von der, von der teuren Thompson auf die Stand umgestiegen sind, weil die haben das halt gekauft. Das war nicht irgendwie, die Amerikaner haben die das nicht gegeben, weil die so, äh, Best Buddies sind. Ne, ne, das wurde gekauft. Ähm. Und wer kauft, kriegt auch geliefert. Frei Haus. Land and lease. Mhm. Und wir haben es, die Amerikaner haben sich ja quasi, also, äh, Ruzelt meinte ja, wir sind die Arsenal, Arsenal of the Democracy, also das Arsenal der Demokratien, ja. Die wollten die ganze, äh, alle Gegner Hitler-Deutschlands ausrüsten. Gegen Bares natürlich. Ja, natürlich. Man ist ja Kapitalist. Ähm, ja, und diese Lieferung kam dann halt an und Deutschland hat aber gesagt, wir machen hier unrestricted submarine warfare, also, ohne Beschränkung, U-Boot-Krieg ohne Beschränkung. Alles, was Großbritannien anläuft, wird versenkt. Mhm. Und es wurden amerikanische Schiffe versenkt, noch vor dem 7. Dezember 1941, vor dem 8. Dezember 1941. Mhm. Das heißt, offiziell, dadurch, dass Amerika Großbritannien bewaffnet hat, war das legitim? Nach damaliger Konvention, heute können wir uns drüber streiten, gerade was die Vorhung in der Ukraine angeht, gut. Ähm, damals war das aber so, okay, das ist ein Schiff in feindlicher Absicht und wird versenkt. Es ist ja auch, glaube ich, sogar so, ne, es gab ja quasi, es gab ja so einen zwischenso neutralen Bereich, das heißt, die Amerikaner, also die Amerikaner haben ihre Handelsschiffe quasi bis zu einem gewissen Punkt geleitet, sind dann abgedreht mit den Geleitzügen, die paar, die sie hatten und haben es dann quasi an die Briten übergeben und die sind weitergefahren damit und ab dann haben erst die deutschen U-Booten wirklich zugeschlagen. Ja, aber haben amerikanische Schiffe mit amerikanischer Besatzung versenkt. Aber die sind da in den Kriegsgebiet gefahren, genau. Ja, aber es war halt so, Amerika und Deutschland waren schon vorher im Kriegszustand. Nicht erklärt, aber man waren auch nicht Best Buddies. Ja. Das heißt, Hitler hat mit der Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten etwas nur quasi bestätigt, was schon lange der Fall war. Mhm. So, dass amerikanische Seeleute von deutschen U-Booten beschossen und versenkt wurden, war schon seit 1939 der Fall. Und das Einzige, was er halt gemacht hat, ist diesen nicht erklärten Krieg in einen erklärten Krieg umzuwandeln. Das hat er aber auch gemacht, um auch mit den Japanern sich so ein bisschen gutzustellen, weil er immer noch gehofft hat, dass da wenigstens noch ein bisschen was kommt Richtung Sowjetunion. Und natürlich eine Sache, die ich immer wieder gelesen habe, was ja danach direkt passiert ist, die deutschen U-Booten sind natürlich bis vor die amerikanische Küste gefahren, weil die amerikanische Marine war gar nicht bereit, wirklich ihre Handelsschiffe zu schützen. Das war doch die glückliche Zeit. Und da haben sie amerikanischen Handelsschiffe wirklich einen riesen Blutzoll gelassen, weil die U-Booten haben ja da wirklich, weil die Amerikaner eben noch nicht so viele Zerstörer da hatten, die haben da ja wirklich getobt und haben da extrem viel Ich weiß, das ist von Owen, der hatte mir ein paar Bilder geschickt aus Berlingham, das ist ja auch direkt an der Pazifikküste, aber die hatten Verdunklungen, die haben ihre Fenster mit schwarzer Farbe anmalen müssen, weil sie Angst hatten, dass japanische oder deutsche U-Booten vor der Küste rumfahren. War ja teilweise auch so. Zumindest deutsche, ja. Aber das ist die Westküste, das ist nicht die Ostküste. Ja. Naja, aber so, wie gesagt, das ist eigentlich, es ist nur eine Formalität gewesen, den Amerikanern den Krieg zu erklären. Das ist vorher schon gewesen. Und auf kurz oder lang werden die Amerikaner auch so in den Krieg eingetreten, weil die genau gewusst haben, okay, werden die Briten in den Arsch zu greifen. Es gab ähnliche Beweggründe schon im ersten Weltkrieg, dass man halt gesagt hat, okay, wenn die uns nicht zurückbezahlen, ist halt, ja, schon scheiße. Von der besiegten Armee kannst du keine Schulden eintreiben, versuch mal. Ja, das stimmt. Ja, dann war so jetzt ein bisschen... Russen kann den Schulden, den du bringst, immer noch Geld. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war auch eine Menge Geld. Ich glaube, damals nach Kriegsende, die Russen haben das bezahlt. Ich glaube, die haben irgendwie 40% ihrer Goldreserve, warum sie an die Amis verhökern müssen. Echt, ja? Krass. Ja, da haben sie neulich erst einen Frack gefunden vor der Küste der Philippinen. Das soll noch voll sein mit sowjetischem Gold, was eigentlich als Bezahlung war auf der Lendlies. Wie viele Leute tauchen da regelmäßig, versuchen das hochzuholen. Ja, damit ich sagen... Problem seit Besitzverhältnissen liegt. Das ist nicht einfach so eine spanische Galleone. Achso. Gut, ja klar, wenn du die anhebst, dann kommt irgendwer und sagt, ja, ja, danke, dass sie alles bezahlt haben. Ja, damit. Ich würde es jetzt mal ein bisschen beschleunigen, weil wir schon fast bei zwei Stunden sind. Ja. Der nächste Mythos, Fall Blau. Das ist wieder einer von meinen. Und zwar dieser Wahnsinn, dass Hitler seine Armeen aufgeteilt hat. Also Fall Blau, die Wehrmacht war nicht mehr imstande, nach diesen riesigen Verlusten auf der ganzen Frontlinie zum Angriff überzugehen. Das heißt, man hat sich auf den Süden konzentriert mit Nicht nur die Verluste, auch der Sprit. Sprit, Verluste, genau. Das spielt alles eine Rolle. Und interessanterweise ist es hier, das ist eigentlich eine Ironie der Geschichte, Hitler wieder der Wabong-Spieler. Durch die Gegenangriffe Ende 1941 ist eine Frontlage entstanden, dass quasi es verschiedene Ausbuchtungen gab, die in die sowjetische Front hineingeragt haben oder von der sowjetischen in die deutsche Front, je nachdem. so dass es dort Punkte gab, die relativ nah an Moskau lagen. Deswegen hat Stalin gesagt, Moment mal, ich habe gedacht, 1941 greift er im Süden an, aber er hat Moskau angegriffen. Er ist jetzt so nah bei Moskau, die werden wieder Moskau angreifen. Also ziehe ich meine größten Truppenkonzentration bei Moskau zusammen. Die Deutschen haben sich gesagt, naja, wir haben probiert in Moskau einzufallen, uns geht das Öl aus, wir müssen in den Kaukasus. Das ist unser Hauptziel. Das heißt, wir greifen im Süden an. Das hat zu der Lage geführt, dass die Sowjetische, die Rote Armee quasi, im Süden relativ schwach aufgestellt war und der Angriff der deutschen Heeresgruppe genau in diese Schwachstelle reingeführt wurde und sie sind dort vorgerückt Richtung Voronezh und ich hatte ja vorher schon erwähnt, jetzt gab es zum ersten Mal ein ökonomisches Ziel auch nochmal neben der Ukraine. Wir brauchen das Kaspersche Öl, aber das Ziel war auch, wir machen natürlich dahin auf den Weg wieder hunderttausende Gefangene, hunderttausende Gefangene und die Deutschen sind aber auf nicht so großem Widerstand getroffen, wie sie gedacht haben und die sowjetischen Truppen haben sich relativ schnell zurückgezogen und das hat zu dem Irrglauben geführt, im deutschen Generalstab und auch bei Hitler, da ist nichts mehr. Also das, was uns entgegenstellt, das türmt und sonst ist da nichts mehr, warum machen wir sonst so wenige Gefangene? Und das hat dazu geführt, dass Hitler gesagt hat, gut, wenn da nichts mehr ist, dann beschleunigen wir das Ganze doch hier, wir teilen die Heeresgruppe auf in Heeresgruppe A und B, Heeresgruppe A geht in den Kaukasus, Heeresgruppe B geht Richtung Stalingrad und schneidet quasi die Volga ab. Und ja, das hat dann quasi dazu geführt, dass Hitler gesagt hat, wir teilen die Streitkräfte auf, das wird jetzt heute mal so ein bisschen dargestellt, so nach dem Motto, ja, da geht der den Wahnsinn und irgendwelche Zeitzeugen und reißt es auseinander und sagt, eine Gruppe geht da lang und eine Gruppe geht da lang. Die deutschen Generale sind großteils schon damit konform gegangen. Wie gesagt, das sind wieder diese Biografien, die die Leute dann im Nachkriegsdeutschland geschrieben haben. Hitler völlig verrückt teilt und das war der Grund, warum wir den Krieg verloren haben. Die waren alle da und die wenigsten haben sich da wirklich beschwert, weil sie gesagt haben, na gut, wir haben ja auch keinen Bierstand und das war wieder der glorreiche Verdienst von fremde Heere Ost, dem deutschen Nachrichtendienst, der katastrophal, also der wirklich katastrophal war in seiner Arbeit und komplett alles unterschätzt hat. Die haben doch bewusst sabotiert. Also die haben sich wirklich so massiv immer wieder verschätzt, was den Gegner angeht. Die sollten quasi die Truppenstärke der Feinde bewerten und haben sich da immer regelmäßig verschätzt. Die hatten eigentlich eine relativ, ich glaube, die hatten ausgerechnet 41, also vor Barbarossa. Die sowjetische Armee hätte 200 neuen Divisionen und da hat man im OKW gesagt, okay, das ist zu machen, weil eine sowjetische Division ja auch kleiner ist als der deutsche. Bei 300 haben sie aufgehört zu zählen. Nee, sie haben die Reservisten nicht einberechnet, die haben halt nur das Stehende her gemeldet. Äh, das meine ich ja, nachdem die Deutschen dann gesagt haben, okay, wir sind hier auf die 300. Division getroffen, die wir zerschlagen haben. Ich glaube, ihr habt euch ein bisschen verschätzt. Wir haben überhaupt nicht das rekrutierbare Potenzial der Sowjetunion mit eingerechnet. Keine Reservisten, keine Eingezogenen, keine Wehrpflichtigen, gar nichts. Nur das Stehende her. Ja. Und das war ja auch so, ähm, Abwehr, Fremde Heere Ost, die haben sich ja alle gegenseitig sabotiert. Ja. Und dann gab's auch, äh, auch geil, die, die, äh, der Sicherheitsdienst, ähm, ja, Reichssicherheitshauptamt, Himmler, seine Leute, die haben auch nochmal, da gab's Pläne, dass man Stalin ermorden wollte mit einem desertierten russischen Offizier. Okay. War das nicht auch so, dass Heidrich quasi von Himmler eingestellt wurde, weil er gesagt hat, Mensch, der hat ja so richtig coole Sachen erzählt über Geheimdienst, aber Heidrich hatte gar keine Ahnung, hat sich irgendwelche Sachen ausgedacht und ist dann halt in so ein hohes Amt gehievt worden. Da gab's ja mehrere so Beispiele. Ja, das ist so Groschenroman, äh, ich hab, ich hab Sherlock Hobbes gelesen, ich krieg schon irgendwie sowas aufgebaut. Ähm, noch ein interessanter Mythos ist, äh, was ich immer wieder gehört habe, wenn man mit Leuten so ein bisschen über Geschichte redet, äh, hätten sie das Öl eingenommen, also wären sie jetzt quasi nach Stalingrad gegangen und hätten es irgendwie gesichert und hätten sie das Öl eingenommen, äh, dann hätten sie gewonnen und dann sagt man halt, ja gut, aber die Sowjets haben ja das Öl in Brand gesteckt und haben das ja unschädlich gemacht, dass sie es nicht nutzen konnten. Ja, aber dann hätte die Sowjetunion aber auch selber kein Öl mehr gehabt und so und dann wäre es vielleicht ausgeglichen gewesen. Ähm, das Ölfeld im Maikorp ist ja von den Russen sabotiert worden, das ist ja auch eingenommen worden, ich glaube, Grosny glaube ich sogar auch von den Deutschen. Nee, Grosny nicht, aber der Maikorp ist eingenommen worden und, ähm, zeitgleich als Stalin gedacht hat, okay, hm, ich glaube, die könnte sein, dass sie die Ölfelder da einnehmen, sucht man Moral nach Öl. Dann haben sie Moral nach Öl gesucht, haben da angefangen zu bohren, sind da überall auf Öl gestoßen und die Ölproduktion war höher als vorher. Das heißt, selbst wenn sie Baku eingenommen hätten, wahrscheinlich hätte Stalin einfach gesagt, sucht mal in Sibirien weiter nach Öl, irgendwo muss da Öl geben. Vor allem, das hätte halt die Front verlängert, das hätte halt die Briten auf den Plan gerufen und die Amerikaner, die im Iran gechillt haben. Naja, also, das hätte die Front verlängert. Das wäre auch nicht gut gegangen, nee. Ja, lustigerweise, wo du gerade Maikorp ansprichst, es wird ja immer gesagt, der Mauspanzer wäre die größte Ressourcenverschwendung gewesen. Zu der Zeit, als der Mauspanzer aufgelegt wurde, kontrollierten die Deutschen noch Maikorp. Entsprechend war Sprit erstmal nicht so eine große Priorität, der Spritverbrauch. Erst als der Prototyp fertig war, dann war halt, okay, das können wir uns wirtschaftlich überhaupt nicht leisten. Wir können aber auch uns Sturmgeschütze nicht leisten, also ist das eigentlich egal. Man hielt den Mauspanzer einfach als nächste logische Entwicklung auf immer schwerere Panzermodelle. Erst kam der Panzer 4 gegen den T-34, dann kam der Tiger gegen den verbesserten T-34, dann kam der IS-1 als Antwort auf Tiger und Panther, dann kam der IS-2 als Antwort auf Tiger und Panther, dann kam der Königstiger als Antwort auf den IS-2. Die logische Konklusion war, wir brauchen noch was Schwereeres. Und dann kam der IS-3 als Antwort auf den Königstiger. Dann kam er auch noch ganz zum Ende. Ja, und dann das soll ja angeblich, der IS-3 soll ja angeblich gewesen sein, oh, the tank that make the West 4 und nee, Blödsinn, Luftherrschaft regelt. Und man hielt den Mauspanzer einfach für die logische Weiterentwicklung, dass man halt gesagt hat, wir brauchen das, wir brauchen einen überschweren Panzer und wir brauchen so einen rollenden Bunker, wir brauchen das einfach, weil die Russen bauen immer schwerere Panzermodelle und mit dem, was wir jetzt haben, wird es halt langsam eng. Wenn die jetzt das nächste Upgrade quasi rausbringen, dann sind wir dezent angeschissen. Ja. Ich habe jetzt gerade dieses Bild eingeblendet, geheim und super Waffen. Das mit dem SDG 44 haben wir ja schon mal erklärt, dass Hitler das SDG 44 nicht wollte. immer noch feinblau. Ja, das kommt gleich bei dir. Dass Hitler nicht das SDG 45 an sich abgelehnt hat, sondern er war der Meinung, ja gut, aber schön, geiles Gewehr, aber wo kommt die Munition dafür her? Das ist ja eine neue Patrone und wir haben ja jetzt schon Probleme und erst als ihm vorgerechnet wurde, dass das relativ gut möglich wäre, diese Patrone, diese neue Patrone zu produzieren, da hat er dann dem Sturmgewehr wirklich auch zugestimmt und um es vielleicht noch das letzte anzuschneiden, generell jetzt muss man sagen, diese Mythen gibt es immer, wenn jetzt Hitler den Strahljäger früher gegreenlighted hätte als Jäger, als Abfangjäger, wenn Flackraketen und alles mögliche, diese Sachen waren alle nicht so ausgereift, wie sich das anhört und gerade der Strahljäger, ganz kurz, ganz, ganz die ME 262 wäre gar nicht möglich gewesen, weil du hättest das Ding nicht, selbst wenn du eine Serie gebaut hättest, der Spritverbrauch, der war vom Deutschen Reich nicht zu decken, das heißt, du hättest eine Handvoll Jäger gehabt, die du hättest wirklich betreiben können, selbst wenn die serienreif geworden wäre frühzeitig, damit hättest du wahrscheinlich den Krieg trotzdem nicht gewonnen, wenn die Amerikaner einfach 20.000 Flugzeuge ohne Probleme betanken können und die auf dich loslassen können, ja. Das Ding ist einfach, kann ich mal eine persönliche Story erzählen, mein Uronkel war Testpilot für die Strahljäger. Oh, krass. Der ist über Nürnberg abgeschmiert mit so einem Scheißding, weil die Turbine ausgefallen ist. Oh. So viel zu serienreife. Ja, und das war, das ist besagter Günther Freischmidt. Ach so, deswegen, ist ja witzig. Der war Testflieger bei Ardolf, ist über Nürnberg abgeschmiert. Krass. Da müsste ich eigentlich nochmal einen Antrag stellen, bei dieser Wehrmachts Auskunftsstelle, weil ich finde zudem nichts. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ad acta gelegt wurde, weil das ja Testflug ist und irgendwie geheime Reichssache oder sowas, keine Ahnung. Meinen U-Opa habe ich tatsächlich gefunden, der hat, also das U-Boot, auf dem er war, hat sechs Schiffe versenkt. Mhm. Aber zu Günter Freischmidt habe ich noch nichts weitergefunden. Es gibt einen Freischmidt, der schreibt sich aber mit Y, der war Jagdflieger. Freischmidt. Ja. Freischmidt, der schreibt sich aber mit Y, der hat, ich glaube, 29 Luftsiege. Oh, krass. Dann springe ich mal zum nächsten Ding und zwar, wir sind jetzt beim Thema Stalingrad. Mythos Nummer eins, Hitler war besessen von Stalingrad. Okay, warum hat er nichts hingeschickt? Klär uns mal auf. Also, ich verstehe diese Option nicht, dass die Leute immer sagen, ja, Hitler war besessen von Stalingrad. Okay, ja, die Truppen, die er dort hingeschickt hat, nachher, wo das Ganze so ein bisschen nach hinten losging, was an Verstärkung gekommen ist, lässt überhaupt nicht darauf schließen, dass das jetzt eine große Priorität war. Und das nächste Ding ist, ja, es trägt halt den Namen Stalins, also Hitler hat mehrfach auch im Vertrauen gesagt, dass ihm die Stadt relativ egal ist, es geht um den Zugang zur Volga. Das geht auch, ich habe mir jetzt übrigens das Buch von Traudel Junge besorgt, als Hörbuch, ich bin heute auf Arbeit gegeben, finde ich jetzt nicht so toll wie das von Rochus Misch, aber es geht halt mehr in die Richtung, okay, wie war Hitler privat? Ja, ich finde, ich finde das ganz gut eigentlich. Ja, mir ist das aber zu, ich weiß nicht, so dritte Welle feministisch mäßig, ich weiß nicht, ob das der Co-Autor ist und nicht Junge selber, aber es hat halt öfter mal so diesen Anstrich nach Strong Independent Woman. Echt? Ich habe das Originalbuch, ich weiß nicht, da war das jetzt nicht. Ja, das kann sein, dass sie dann das Vorwort geändert haben, weil mir klang das so, ja, ich bin so eine, eigentlich bin ich so eine kleine Unschuldige, aber dann nachher war ich ja, ich bin ja Strong Independent Woman, aber irgendwie bin ich doch zu unschuldig, um zu merken, dass ich einem Massenmörder diene. Okay, das ist das gleiche Vorwort, aber ich habe es nicht so interpretiert. Okay. Aber es ist, da habe ich recht. Ja, das kann man schon so sagen, ja. Aber ja, haben wir vielleicht unseren ersten, unseren ersten Diskussionspunkt tatsächlich mal. Ich würde sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt war Hitler schon sehr daran interessiert, Stalingrad einzunehmen, nicht nur um die Volga abzuschneiden, sondern auch, weil es dann ein prestigeträchtiger Kampf wurde, dieses Ring um Stalingrad, wurde mit Bedeutung aufgeladen. Das war auf jeden Fall nicht am Anfang so, am Anfang war das ja einfach irgendeine Stadt, Stalingrad halt, mein Gott. Die hätte ja auch irgendwie anders heißen können. Lumpige Stadt. Ich wollte das zum Volga an einer bestimmten Stelle. an einer bestimmten Stadt. Zufällig trägt sie den Namen Stalins, aber sie glauben doch nicht, dass ich deswegen dort einmarschiert bin. Losmarschiert bin. Losmarschiert bin. Schief hat man angefangen, Truppen abzuziehen aus einem ganz einfachen Grund. Rostov am Don. Das ist eine große Stadt, die am Schwarzen Meer liegt. Und das Problem ist, das war der letzte große Verkehrsknotenpunkt. Und ab da gab es quasi nur noch zwei Schienen, die Richtung Stalingrad geführt haben. Eine hin und eine zurück. Das ist heute noch ein wichtiger Versorgungspunkt für die russischen Truppen in der Ukraine. Ja, genau, stimmt. Während des Wagner-Putsches ganz interessant gewesen. Ich hoffe mal, die haben die Schienen jetzt da ausgebaut. Weil das bedeutete nämlich, tatsächlich war es so, auch jetzt bei diesem Thema, wo die deutsche Armee eingekesselt wurde, es war nicht so, dass es nicht genug Flugzeuge gab, zum Beispiel. Es gab genug Flugzeuge, die man hätte einsetzen können. Man musste sich nur entscheiden, bringe ich an die Front jetzt Lebensmittel, Munition oder sonstigen anderen Nachschub, weil man einfach nicht genug Transportkapazität hatte über den Schienenweg dorthin. Deswegen hat man ja angefangen, solche Versorgungskommandos hinzuschicken. Das sind quasi so Lkw-Kolonnen, die dahin gefahren sind und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück zu den Flugplätzen, um die Truppen, um die Flugzeuge quasi zu beladen. Und da gab es halt Tage, da kam halt einfach keine Versorgungsgüte an und dann kannst du auch nichts einfliegen. Und an manchen Tagen sind es ja... Das war doch so, dass es bei Krakau so einen Menschen einen Stau gab an Nachschub. Genau. Das war ja allgemein so, das war zu Anfang des Ostfeldzugs auch noch so, dass da irgendwelche Züge einfach Shanghai-t wurden von irgendwelchen... Die hatten ja teilweise bewaffnete Sicherungspersonal auf dem Zug, damit die den nicht einfach den scheiß Zug klauen. Ja, ja, natürlich. Wo sind wir denn hier im Wilden Westen? Und das Ding ist halt, deswegen konntest du gar nicht mehr Truppen in die Region schicken, weil du kannst sie nicht versorgen. Das bringt dir halt nichts, da mehr Truppen hinzuschicken. Und deswegen, ja, war das einfach nicht möglich. Und auf der anderen Seite natürlich, die Rote Armee war natürlich sehr nah an ihren Versorgungslinien selber dran. Die haben da einfach riesige Depots aufgebaut, haben das da mit hunderttausend Mann einfach hingetragen. Es schien jetzt, war da ein bisschen besser hinter Stalingrad. da war mehr möglich. Und das Allerwichtigste ist natürlich, warum man Truppen nicht so einfach verschieben konnte. Es gab von Stalingrad aus oder generell von diesem Donnerzbecken, gab es keinen Nord-Süd-Verkehr. Es gab keinen Nord-Süd-Schienennetz. Das ging immer über Rostov am Don. Das heißt, man hätte Truppen erst mal aus Stalingrad raus bis zu Rostov am Don bringen müssen und dann wieder zurück, um die durchzutauschen zum Beispiel oder halt umgedreht von Rostov am Don erst da hinfahren müssen. Das sind riesige logistische Probleme. Und Marvin hat es ja auch immer formuliert gehabt. Aber in Frankreich standen noch 21 Divisionen, die hätte man hinschicken können. Wie? Du kannst sie nicht einfach so transportieren. Dieses Verkehrswesen war so kompliziert. Vor allem, man hat halt gerechnet zu dem Zeitpunkt, wo das im Gespräch war. Das ist übrigens auch in diesem, es gibt ein Lanzer-Hörbuch auf YouTube. Das würde ich aber nicht gehört haben. Ein Lanzer-Hörbuch? Ja, gibt es. Wer liest denn das? Totenland an der Volga. Ach so, okay. Das ist wirklich cool. Ja, aber da wird das ja auch, da stehen noch, da stehen noch, ich glaube, 21 Divisionen in Frankreich, die könnten sie uns doch schicken. Und ich mir dann denke, okay, ja, es macht Sinn, für einen Frontsoldaten sowas zu denken, weil ein Frontsoldat macht sich nicht die Mühe zu überlegen, okay, die brauchen drei Wochen, bis sie da sind. Meist du, das bringt jetzt noch was? Ja, wenn nicht sogar mehr als drei Wochen. Ja, also drei Wochen im Idealfall und dann, okay, und mit was wollt ihr die ernähren? Ja, das beste Beispiel ist ja, nachdem die sechste Armee-Mecher-Staat gerade eingekesselt wurde, Malenstein hat fast irgendwie drei bis vier Wochen gebraucht, um genug Truppen zu massieren, um den Angriff überhaupt zu versuchen. Weil man einfach gesagt hat, okay, wir müssen jetzt gucken, wo können wir überhaupt Truppen noch abziehen? Dann haben sie Truppen abgezogen, Panzerdivision dahin gebracht und haben gesagt, okay, gut. Haben die die nicht sogar von der Heeresgruppe Nord einfach geklaut? Ja, ja, von überall her haben sie die zurückgezogen und dahin gebracht. Aber das hat ja nicht euch immer gereicht, weil du konntest die auch nicht versorgen, wie gesagt. Die Versorgungslage war so massiv schlecht, dass das keinen Sinn gemacht hat. Ja. Das war aber schon beim Anlauf auf Stalingrad, wo sie versucht haben, wo sie auf die Stadt zumarschiert sind, dass die Sowjets halt Brunnen vergiftet haben und das bisschen Vegetation, was da noch war, auch noch unbrauchbar zu machen, dass die Pferde die Kolik gekriegt haben, weil sie nichts Vernünftiges gefressen haben, außer diesen Dornensträuchern, die es da halt gab und dann elendig an der Kolik zusammengebrochen sind, dass man nicht vernünftig heizen konnte, weil es ja auch im Herbst schon ziemlich kühl wurde, dass man halt Sprit, also Treibstoff verbrennen musste, weil man kein Heizmaterial gefunden hat, weil da halt nichts ist. Und ich war in Wolgograd, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, aber damals, so Sommer, Herbst, das hat nichts. Ja, nicht so gut. Also, wie gesagt, du hast halt Kilometer weit ist da nichts, da ist hier ein Haus und dann fährst du 50 Kilometer, da ist das zweite Haus und dann kommt eben von Rostow. Nur, dass ihr mal eine Dings habt, Rostow ist die nächstgrößere Stadt nach Wolgograd, die ist 600 Kilometer entfernt. Das ist schon heftig, ne? Wieder einmal quer durch Deutschland. Ja, aber das sind so die Sachen, so auf der Karte sieht das halt machbar aus, ist es theoretisch auch. So mit moderner Logistik, kein Problem, 600 Kilometer, ja, können wir die dann in zwei Tagen runterrocken. Mitstandzeiten, so, wenn du jetzt natürlich fährst wie ein Begaster, geht das auch in einem Tag. Ja, aber nicht für 300.000 Mann. Das ist halt nicht einfach so mal kurz runtergefahren. Ne, aber so, ich sag ja, mit moderner Logistik, das geht schon. Das geht schon. Aber ich meine, wir sehen es ja im aktuellen Vergleich, wir haben ja einen Vergleichswert, da gibt es auch immer wieder Versorgungsengpässe, ne? Wenn da mal eine Strecke irgendwie wegknackt oder so, oder die mal unter Beschuss steht, ist auch nicht so einfach, ne? Ja, die haben, hast du ja gesehen, wo sie, das war ja das Ding, wo der große, wo gerade zu Anfang des Ukraine-Konflikts, wo dieser Riesenstau war vor Kiew, wenn du dich noch erinnerst, 40 Kilometer hat sich das zurückgestaut. Ja. Das darf nicht passieren. Das ist den Amis aber auch passiert im Irak. Das darf nicht passieren. Also eine interessante Sache und zwar, die Information kommt jetzt von diesem YouTube-Kanal Tick, der ist richtig, richtig gut. der hat den Namen nicht genannt, na, nähern darf. Echt? Wankst du denn? Ich finde den richtig cool. Nein, ich finde den auch gut, aber es ist halt, der kommt ja in der Community nicht so gut an. Ja, weil er halt libertär ist und über Ökonomie redet, ja, und Ideologien und sowas, aber der, der über den militärischen Teil kann es ja wirklich nichts sagen und er ist mir ja geistig auch sehr nah als Libertärer, so, damit das mal klargestellt ist. Ne, der hat ganz interessant gesagt, weil wir ganz kurz vorher über Versorgung gesprochen haben, interessanterweise, kleiner Funfact, kurz bevor die sechste Armee eingekesselt wurde, haben sie quasi, ich glaube, 30.000 bis 60.000 Pferde oder so, das war die Größenordnung, haben sie ins Hinterland geschickt, weil man immer sonst die Sorge hatte, dass die über den Winter da nicht klarkommen in der Stadt und als sie eingekesselt wurden, hatten sie halt diese 60.000 Pferde nicht. Das hätte natürlich der Armee nochmal deutlich mehr Zeit gegeben, weil mit 60.000 Pferden kannst du schon gut nochmal ein bisschen die Ernährung ein bisschen aufteilen. Das war sogar, das war ja während der Burma-Kampagne, war das ja so, dass die Japaner halt eingerechnet haben, okay, wir packen den Sohn so viel Essen ein und dann können sie ja die Esel essen. Das war eingeplant, das war einkalkuliert, dass sie die Esel und die Maultiere essen. Ja, wo wir zu TIC kommen, ich weiß nicht, ob du das von da hast auf jeden Fall, du hattest noch den Mythos, Hitler hätte den Ausbruch verboten. Ja, da habe ich das her, ich habe nämlich auch die Stalingrad-Serie geguckt, die ist verdammt gut, die ist halt wirklich verdammt gut. Willst du uns mal, also das ist, glaube ich, jedem klar, den Mythos muss man, glaube ich, nicht erklären, das ist allgemein hin, im Mainstream wird es so gesagt, Hitler hat ja verboten, den Truppen auszubrechen. Aber was, entzaubern mal diesen Mythos. Also es gab, Hitler hat halt keinen Ausbruch befohlen, weil halt, also wenn überhaupt, hätte Mannstein das machen sollen. Als Führer der Heeresgruppe, ja. Ja, wenn überhaupt, hätte Mannstein das machen sollen und Mannstein hat halt gesagt, ich gebe euch Bescheid, wenn ich da und da bin und dann müsst ihr mir entgegenkommen und zwar sofort. Mannstein ist aber nicht ansatzweise an den Punkt rangekommen, wo er hätte sein müssen, nachdem Paulus ihm klargemacht hat, okay, ich habe jetzt für, für 30 Kilometer maximal habe ich Sprit und dann muss ich aber alle Panzer stehen lassen, alle schweren Waffen, die ich habe, alle LKWs, ich habe halt nur noch die Männer. Und damit soll ich 16 Kilometer durch schwer befestigte russische Linien, vergiss es, mache ich nicht. Aber es waren sogar mehr, oder? War das nicht mehr, waren es nicht 60 Kilometer oder so? Nee, die sind bis auf, bis auf 46 Kilometer sind sie rangekommen. 30 hat er und die Spitzen, die Spitzen sind rangekommen bis auf 46 Kilometer und dann haben sie gesagt, ja, ihr müsst ausbrechen, nee, schaffen wir nicht, die Männer sind zu erschöpft, wir stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen, geht nicht, können wir nicht machen. Und von daher eine Sache auch nicht vergessen, viele haben ja auch gesagt, okay, Paulus hätte auf eigenen, auf eigenes, auf eigenes, quasi direkt, nachdem er gemerkt hat, sie sind eingekesselt, hätte er sofort ausbrechen müssen. Jetzt kommt wieder halt so ein bisschen dieses Ding im Spiel, wenn man ja wieder in das Thema tiefer reingeht, du hast 300.000 Mann, die du quasi erstmal zu einem Ring aufstellst, weil du musst dich ja plötzlich gegen, nach allen Seiten verteidigen, hast die Truppen gerade in Stellung gebracht, igelst dich ein und dann heißt es plötzlich, alle Mann kehrt machen, wir müssen nach Süden ausbrechen, das heißt, du musst eine kleine, eine kleine, wie nennt sich das, Nachhut zurücklassen, die irgendwie die Front hält, aber bau diese Front mal um. Diese, diese Umstellung alleine würde schon Tage dauern, bis dahin ist der feindliche Ring so stark und so festgezogen, dass Paulus wahrscheinlich sogar, wenn er in dem Moment, wo sich die russischen Truppenspitzen berührt haben und der Kessel geschlossen ist, hätte er in dem Moment den Ausbruchbefehl geschrieben, wäre es wahrscheinlich der sechsten Armee nicht möglich gewesen auszubrechen, weil du kannst nicht einfach sagen, 300.000 Mann, so jetzt alle auf der Stelle kehrt, wir brechen jetzt sofort nach Süden aus. Die müssten alle verlegt werden, du musst die Flanken sichern, weil wenn du dann nämlich kehrt machst und du siehst deine Flanken nicht, dann bricht die rote Armee von allen Seiten ein und dann ist die Geschichte zu Ende. Schwarz war die Nacht, weiß war der Schnee, rechts und links die rote Armee. Und zumal noch nicht mal Entsatzkräfte bereitstanden, man muss sich ja vorstellen, nachdem die rote Armee an beiden Flügeln durchgebrochen ist und die Flanken durchbrochen hat, dahinter war nichts. Da war 600 Kilometer nichts. Rostow am Don lag frei. Durch die zweite italienische und die achte, ne, zweite rumänische und achte ungarische Armee, glaube ich, sind sie durchgehauen. Die Italiener haben auch noch die Schnauze gekriegt. Ich glaube, das war später die achte italienische Armee, die hat dann nochmal, dann musste ja auch quasi dieser Entsatz abgebrochen werden, weil die sowjetischen Truppen bei der achten italienischen Armee durchgebrochen ist und gedroht hat, quasi den gesamten Flügel der Heeresgruppe A einzukesseln, der noch im Kaukasus war. Die haben sich ja dann alle... Das war ja auch noch so ein Ding, warum Stalingrad eigentlich gehalten werden musste, war ja, ansonsten wäre die ganze Südfront zusammengeklappt, aber sofort. Ja, das wäre ja wahrscheinlich die größte militärische Katastrophe gewesen. Ich weiß ja, die Heeresgruppe Bisse wäre noch schlimmer, aber... Ja, die Bagration, das kam ja später, wo sie die Heeresgruppe mit aufgerollt haben, aber so, es wäre halt die gesamte Südfront wäre kollabiert und dann hätte, aber die Heeresgruppe Mitte hätte sich ja dann auch zweiteilen müssen, die hätte ja ihren Abschnitt sichern müssen und das bisschen, was da von der Heeresgruppe Süd übrig ist. Ja. Und dann wäre ja beides weg gewesen, dann wäre ja die Kaukasus-Armee weg gewesen und die Sechste Armee weg gewesen und Hitler war es definitiv nicht egal, was auch in Hunde wollte ewig leben, es ist nur eine Armee, bauen sie eine neue auf. Nee, definitiv nicht, also dem ging das nah. Und der war am Ende, der war auch echt gefertigt danach, der hat ja wochenlang quasi, kam der ja nicht mehr, was ja verständlich ist, wenn du unter diesem Druck stehst, kommst du ja auch nicht mehr klar, ne? Das hat Rochus Misch aber auch gesagt, es gibt einen Hitler vor Stalingrad und es gab Hitler nach Stalingrad. Ja. Ähm. Es gab auch keine Filmvorführung mehr, also Hitler hat liebend gerne Filmabende gemacht, in der Wolfschanze auf dem Obersalzberg und so weiter. Nach Stalingrad gab es das alles nicht. Ja. Also dieser, sag ich jetzt mal, fröhliche, euphorische Hitler von vor Stalingrad, der war nicht mehr da. Ach so, bitte versteht das hier nicht falsch, Leute, denn es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, der arme Hitler, wir haben mitleid mit dem, sondern es geht nur darum, das Bild zu zeichnen. Das war dem jetzt, der hat jetzt nicht gesagt, ob der jetzt 300.000 Mann sterben, ist mir scheißegal. Das war dann, in der Endphase war das schon eher so, dass er dann solche Aussagen getätigt hat, zu der Phase. Ist man da noch schon rausgegangen, das geht irgendwie noch gut aus. Das ist diese antideutsche Phase, was aber auch wieder dieses ist, was in der Untergang haben sie es halt gut rausgearbeitet, in Hunde wollte die ewig leben nicht, weil Hunde wollte die ewig leben ist eine Nachkriegsproduktion, die ist von 59. Und in der Untergang haben sie es besser gezeigt, warum Hitler eigentlich so diese quasi fast antideutschen Züge an den Tag gelegt hat. Wenn das Volk nicht kämpfen will, dann ist es auch dem Untergang geweiht, weil da sind wir wieder, da sind wir wieder drin, er vertieft sich wieder in seine Ideologie und in seiner Ideologie macht das Sinn. Weil unser Volk ist halt das Schwächere und dann muss es zugrunde gehen, weil das ist die Natur. Und das ist auch, was Traudel-Junge in ihrem Buch geschrieben hat, ist halt, Hitler hat immer mit den Naturgesetzen argumentiert, mit Wissenschaft. Also der vermeintlichen Wissenschaft. Ja. NS-Wissenschaft. Naja, was ist jetzt NS-Wissenschaftlich, wenn ich dir sage, okay, Affen schlagen aus Mitleid anderen Affen den Schädel ein. Das ist ein Fakt. Ja, okay, das ist die, ja gut. So, das ist aber auch Hitlers Argumentation. So, im Tierreich wird alles schwache, so, oder guck dir die Zebras an. Wenn da ein Zebra liegen, bleiben die anderen ja nicht da und pflegen das. Nee, das bleibt halt liegen. Ist halt so. Das ist sogar bei Pferden so, wenn Pferde irgendwie zur Runde gehen, dann trampeln die das Tod, damit es die Erde nicht auffällt. Oder wer mal Hühner gehabt hat, die hacken sich auch tot. Ja. Und das finden die aber nicht schlimm. Ja. Das ist halt so. Es sind halt Tiere, es sind keine Menschen. Was, was Hitler halt gemacht hat, was auch in der Untergang gesagt hat, was für Tiere gilt, muss im erhöhten Maße ja auch für Menschen gelten. Und das ist so, diese, diese Quintessenz, dieses, diese, diese Abneigung gegen alles als Schwachempfundene. Deswegen war Hitler auch kein Freund von Religion, weil er halt gesagt hat, dass, die Kirche oder Religion als solches diesen Grund natürlichen Vorgang quasi zunichte macht, dass das Schwache zugrunde geht. Sondern das Schwache wird künstlich am Leben erhalten. Sehr unangenehm. Deswegen macht das Sinn, macht das Sinn, dass er nachher diese, diese, diese Episoden hat. Aber während Stalin gerade noch nicht, das ging ihm, schon nach. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Zeitzler. Zeitzler hat ja, Zeitzler hat ja sogar dieselben Rationen sich geben lassen, wie die Männer in Stalingrad. Und Hitler musste ihm befehlen, dass er doch bitte wieder was Vernünftiges essen sollte, weil er außerwiegend geist. Ja. Weil er halt nur gegessen hat, was die, was die Truppen in Stalingrad auch essen. Ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Abends. Und zwar, du hattest den Mythos Unternehmen Zitadelle von dem glänzenden Sieg der sowjetischen Armee gegenüber der Deutschen. Also es gab ja die, die Kesselschlacht von, oder die, die große Panzerschlacht von Brochorovka. Und tatsächlich war es so, dass ziemlich zur Mitte der Offensive, noch bevor die, die sowjetischen Gegenstöße erfolgten im Süden. Also es ist nicht so, dass Zitadelle abgebrochen wurde, weil, äh, die Amerikaner auf Sizilien gelandet sind. Das stimmt nicht. Es wurde ein Regiment, glaube ich, von der Leibstandarte, ist nachher nach Italien verlegt worden. Ein Regiment. Mhm. Und der Rest hat weitergekämpft. Ja. Die waren trotzdem in Zitadelle 2. 2. SS-Panzerkorps. Und jedes 2. SS-Panzerkorps, ich meine, das war am dritten oder vierten Tag der Offensive, Brochorovka, also wirklich da, wo die schwersten Kämpfe getobt haben, ähm, hat das 2. SS-Panzerkorps nach 80% Kampfbereitschaft gemeldet. Mhm. Am dritten oder vierten Tag. Und die sind immer nur mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Mhm. Also die haben richtig, die haben richtig ein Geschenk bekommen und haben trotzdem 80% Kampfbereitschaft gemeldet. Währenddessen waren die sowjetischen Reserven tatsächlich bald erschöpft. Also man brauchte mehr Männer oder zumindest eine Ablenkung. Und deswegen hat man gesagt, okay, die schwächste Heeresgruppe, die die Deutschen haben, Mitte, die rennen uns hier bald die Tür ein, ähm, greif doch mal Heeresgruppe Süd an. Da kann nicht mehr viel sein. Die haben so oft die Schnauze gekriegt während der Sommeroffensive letztes Jahr. Ähm, versuchts da mal. Und dann hat man im Bereich der Heeresgruppe Süd angegriffen. Und diese Panzerverbände, was davon dann noch übrig war während Kurs, das wurde dann umgeleitet, um Einbrüche in der Front von Heeresgruppe Süd zu stopfen. Deswegen wurde Zitadelle abgesagt. Und tatsächlich war es so, dass sich das zweite SS-Panzerkorps so weit vorgearbeitet hat, dass Zhukov seine allerletzte Reserve ausspielen wollte. Und das waren hunderttausend Arbeitermilizen. Hunderttausend Milizionäre mit nicht weiter als Gewehren und, äh, Antipanzer-Gewehren. Ja. Gegen das zweite SS-Panzerkorps. Ja. Also, was immer wieder so durchkommt, ne, ähm, das geht ja auch zurück auf Roman Töppel, der sein Buch geschrieben hat, der das, äh, sehr gut herausgearbeitet hat, wofür, glaube ich, jetzt als Nazi beschimpft wurde in Russland. Ähm, das war vorher nicht so klar, wie viele Verluste die Sowjetunion erlitten hat und die neuesten Schätzungen wirklich absolut katastrophale Verlustzahlen für die Sowjetunion, für die Rote Armee. Ähm, ich habe sie jetzt gerade hier nicht hundertprozentig parat, aber auf jeden Fall um eine Million Mann, tausende Panzer, sieben, achttausend Panzer, ich habe die Zahlen gerade vorher nicht recherchiert, tut mir leid. Äh, das müssen wir nochmal nachholen, wenn wir einzeln vielleicht nochmal über Kurs sprechen. Ähm, auf jeden Fall waren die Verluste so krass, er hatte nochmal ein Beispiel gesagt, ähm, es gab nämlich Luftaufnahmen aus, aus der Zeit, die man gemacht hat. Äh, man hat ja auch Aufklärung gehabt während der Kämpfe und da, da hat man quasi ein riesiges, ein riesigen T-34-Friedhof gesehen und da standen halt zwei Tiger, die so einen, so einen Engpass gehalten haben und die Russen haben da einfach hunderte T-34 verheizt gegen ein paar Tiger, äh, weil die einfach nicht durchgekommen sind, in ihren Gegenangriffen. Und, äh, ja, und die Sowjetunion war extrem erschrocken darüber, an die Rote Armeeführung, dass trotz dieser massiven Eingrabungen die deutsche Armee, quasi die Panzerspitzen, so weit vorgedrungen sind, gerade auch mit diesen neuen Panzern, auch wenn nicht alle super gut funktioniert haben, weil es gab ja auch viele technische Fehler beim Ferdinand und so weiter und beim Panther. Der Panther ist einfach spontan in Flammen aufgegangen, weil die, weil die Spritleitung undicht war. Das kannst du dir halt nicht ausdenken. Ja. So viel zum Thema German Engineering. Ja. Also, tatsächlich sind die meisten Fahrzeuge gar nicht zerstört worden, die sind einfach, äh, durch technische Fehler liegen geblieben worden, zurückgeschleppt und wieder repariert worden. Und vor allem ist halt das Ding bei Kursk immer, Kursk ist, die Russen haben halt das Schlachtfeld gehabt. Das erklärt nachher auch, ähm, wenn du dir die Verlustzahlen anguckst an Panzern und an Selbstfahrlafetten, der Sieger hat halt das Schlachtfeld und der kann halt sein Krempel vom Schlachtfeld räumen und eventuell reparieren, sofern es möglich ist. Das ist immer der Vorteil, wenn du eine Schlacht gewinnst. So ist das bei den Deutschen, die haben relativ viele Totalausfälle, weil die in den meisten Fällen nicht das Schlachtfeld für sich behalten konnten und entsprechend nicht ihre Gerätschaften wieder zurück und entstandsetzen konnten. Mhm. Bei den Alliierten hast du wieder die Sache, die haben teilweise Panzer, wo sie das Ersatzteil nicht für hatten, haben sie als Totalauswahl abgeschrieben. Ja. Weil sie das spezielle Teil gerade nicht hatten. Okay, äh, was ist denn da kaputt? Ja, Kolbenfresser, ja, haben wir gerade einen Motor, haben wir gerade nicht da, schmeiß weg. Mhm. Machen wir neu. So, es war denen halt kackegal und bei der Deutschen war halt jeder Tiger, der verloren ging, war halt ein immenser Schlag. Wenn die Sowjets 50, 50, T34 verloren haben, das war eine gute Quote. Ja. Und ich finde auch dieses, dieses Klischee, was es halt gibt, der Sherman wäre eine, eine Todesfalle gewesen. Nee, der Sherman war, bei den Sowjets zum Beispiel, war der sehr, sehr beliebt. Der war eigentlich an, an jeder Front total beliebt. der T34-30 war eine verdammte Todesfalle. Ja. Weil die, weil die Luken so kacke angeordnet waren. Mhm. So, was war das irgendwie? Der Fahrer muss hinter dem Kommandanten oben aus der Luke, der hat keine eigene Luke gehabt, der Fahrer. Ja. Und der, die, von den, von den Richtschützen und dem, dem, dem Funker müssen wir gar nicht reden. Ja. Das ist, das, das war eine verdammte Höllenmaschine. Daher möchte ich nicht drin gesessen haben. Erstmal war das eng, es war laut, es stank nach Diesel und wenn du deine Notdruck verrichten solltest, da unten ist ein Patronenkasten. Mhm. Ich hab nochmal ganz kurz ein, zwei Infos zu den Verlustzahlen. Jetzt nicht zu den Zahlen direkt, aber zu den Verhältnissen. Da hab ich jetzt nochmal hier kurz gefunden. Und zwar laut Roman Töppel, äh, wir dürfen nicht vergessen, also die Wehrmacht hat mit einer, äh, eins zu zwei Unterlegenheit angegriffen. Also es gab doppelt so viele sowjetische Truppen. eine Million hatten die Deutschen und zwei Millionen etwa die Russen. Und tatsächlich ist es der Wehrmacht, wo sie angegriffen hat, gelungen, äh, in einem Verhältnis, bei dem, bei den Soldaten, Verluste hinzuzufügen von eins zu sechs. Und bei Panzern und Selbstlärmacht hätten auch eins zu sechs, also sechsmal mehr, äh, äh, Fahrzeuge vernichtet, als man selber verloren hat und bei den Flugzeugen eins zu fünf. Und, äh, das wurde im Nachhinein so ein bisschen, von der sowjetischen Führung halt verschleiert. Man hat ja gesagt, okay, wir haben hier einen Gegenstoß geführt. Der Gegner hat den Eingriff abgebrochen. Also haben wir ja eigentlich gewonnen. Das erklärt, also da sind ja auch die hohen Verluste gerechtfertigt und so hoch waren die auch gar nicht. Aber tatsächlich hat er relativ gut herausgearbeitet, dass die Verluste halt, also wie gesagt, ein Verhältnis von eins zu sechs ist absolut katastrophal. Vor allem, wenn du angegriffen wirst. Ja, es ist wirklich, äh, absolut katastrophal. Ähm, trotzdem sind diese Verluste von eins zu sechs, äh, trotzdem nicht gut gewesen für die Wehrmacht, weil da waren einfach unersetzliches, äh, Personal dabei. Erfahrene Unteroffiziere und, äh, und es hat sich ja natürlich dann in 1944 dann in eine absolute Katastrophe verwandelt. Aber, äh, es ist schon extrem, krass. Da möchte ich nochmal eins zu den Verlusten sagen. Es wird ja immer gesagt, so die Sowjets, die konnten ja ihre Verluste ersetzen. Die Sturmdivisionen, diese absolut priorisierten Einheiten, die Berlin angegriffen haben, waren auf 70 Prozent runter. Mhm. Und die waren in allem priorisiert. Männer, Material, alles. Ja. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir brauchen noch tausend Panzer, ja, kein Problem, schicken wir rüber. Aber selbst diese Einheiten, die wirklich ganz, ganz oben standen an der Nahrungskette, die alles zuerst gekriegt haben, die waren auf 70 Prozent runter. Und ich möchte dann nicht wissen, wie das hinten aussah. Mhm. Oder an anderen Schauplätzen, die jetzt nicht für, für Berlin abgestellt waren, für irgendeine, eine spezielle Operation. Dass man da schon gesagt hat, okay, das Beste, was wir machen können, sind 70 Prozent, soll Stärke. Ja. Also ich möchte dann nicht wissen, was irgendeine, eine, irgendeine Schützendivision in, weiß ich nicht, Böhmen oder sowas, die waren wahrscheinlich auf 40 Prozent oder sowas runter. Also es war nicht so, dass die einfach, dass die einfach unendlich Soldaten gespawnt haben und dann gesagt haben, hurra und jetzt ist ja Attacke. Äh, nee, auch die hatten Verluste, die sie nicht ersetzen konnten. Ja, auf jeden Fall zum Ende hin. Also wie gesagt, die haben ja 10 Millionen Soldaten verloren. Diese Zahl ist einfach echt unfassbar groß. Man muss sich überlegen, die haben ja, und das sind, das sind noch, nachdem sie die Ukraine befreit haben, Weißrussland, na was heißt befreit, zurückerobert, ähm, ähm, war das ja so, dass die ganze Partisan-Einheiten geschlossen in die Rote Armee eingegliedert haben. Mhm. Lustigerweise, die Partisan-Führer hat dann der KGB abgeholt, der NKWD abgeholt, aber das ist eine andere Geschichte. Ach, das ist schade. Aber so diese, ähm, ist ja genauso wie ukrainische Soldaten, die nach Hause gekommen sind, oder Krim-Tataren, die dann einfach deportiert wurden in Gulags. Jo, wir sind in der Sowjetunion. Was soll das? Wie kann man so krass scheiße sein? Es geht, es geht, du musst so absolut kein Moral haben. Ja, Stalin lässt grüßen. Ja, ist ja immer noch, ist ja immer noch, wird ja immer noch verehrt. Ja. Gehen wir auf den linken Parteitag. Ja, gehen wir uns heute in Russland, ja, da wird ja auch verehrt. Ja, das ist ja, das kommt ja wieder, das kommt ja wieder, das war tatsächlich, das war tatsächlich mal eine Zeit, gab es diese, diese Aufarbeitung, auch dieser Schritt Richtung Europa, und jetzt machen die halt den China 180, und machen jetzt einfach, okay, die schlimmste Zeit war eigentlich die beste Zeit, lang lebe Genosse Stalin. Diese ganzen, es gab ein Museum, zum Beispiel auch für die Opfer von Archipel Gulag, hier Solowetsky, ist einfach abgerissen, das gibt es nicht mehr. Echt krass. Diese ganzen Gedenktafeln gibt es nicht mehr, die haben in Mariupol, das haben sie ja in Anführungsstrichen denazifiziert, da haben sie jetzt Büsten hingestellt, von Lenin, von Stalin und so weiter, also diese Re-Kommunikation, keine Ahnung, wie du das jetzt nennen möchtest, also dieses Zurück zu den, zu diesen quasi sowjetischen Wurzeln, ich weiß nicht, ob sie das jetzt machen, weil sie die Ukraine ja eher alle für Nazis halten, deswegen machen wir jetzt, die logische Konklusion ist jetzt, wir machen jetzt einen auf Kommunisten, weiß ich nicht. Deswegen finde ich es immer lustig, dass man Putin immer so mit Hitler vergleicht, oder Putin einen Faschisten nennt, nee, ist er nicht, also die nationalistischen Strömungen in Russland sind seit 2013 eigentlich unterdrückt worden, und die Anführer von solchen Gruppen, wie zum Beispiel den russischen Neonazis oder Nationalboltschewiken oder sowas, sind alle weg, sind alle eingesperrt worden. Also wenn, dann geht das eher wieder in Richtung Stalinismus, kann man jetzt auch sagen, es ist linker Faschismus, weil Faschismus kennt in dem Sinne keine Ideologie, du kannst rechts der politischen Mitte faschistisch sein, du kannst links der politischen Mitte faschistisch sein, das schließt sich nicht aus, aber so diese, du siehst auch immer diese Bilder, immer wieder, dass sie halt irgendwelche Bahnen schwenken von irgendwelchen sowjetischen Gardeverbänden, die damals Berlin zurückerobert haben, oder Berlin erobert haben, da gibt es ganz viele Aufnahmen von, oder die sich hier ein Sowjetunion-Patch an die Uniform machen, oder sowas. Es kommt ganz doll wieder, und es wird halt immer weiter verharmlust, das war schon immer so, also es gab halt dieses Verbot von NGOs, gab es ja schon länger, dass sie halt als ausländische Agenten gelistet werden, und da war unter anderem auch so ein Dokumentationszentrum für die Opfer des Gulag, und da wurde halt gesagt, ja, das ist ausländische Propaganda, das gab es gar nicht, das ist alles gut. Also, wer ins Gulag kam, da hat er es auch verdient, und im Übrigen gab es gar keine Gulags. It didn't happen, but they deserved it. Mann. Und das ist ja, in China kommt das ja auch wieder, da habe ich ja auch neulich ein Video gesehen, jetzt soll es ja wieder diese Volksküchen geben, also die Volkskantinen. Okay. Das müsst ihr euch vorstellen, das war die Zeit des langen Marsches, oder beziehungsweise die Zeit des großen Sprungs nach vorne, und da gab es halt, die haben halt ihre ganzen Küchenutensiven und sowas, haben die halt eingeschmolzen, um die Stahlproduktion zu steigern, das heißt, die hatten alle keinen Pott, keinen Messer, keinen Gabel, kein nichts, und gut, die essen mit Stäbchen, aber ihr wisst, was ich meine. Und da gab es halt diese Volkskantinen, und da sollten dann halt alle essen, da gab es pro Dorf, gab es dann eine, und da gab es dann was zu essen, und im Idealfall klappt das, meistens aber nicht, sind halt Millionen verhungert, und das kommt jetzt wieder, und da haben sie schon gesagt, okay, bringen wir jetzt die, in Anführungsstrichen, gute alte Zeit wieder, das ist jetzt nicht so gut, also, ist bei den Chinesen überhaupt nicht populär gewesen, die Russen steigen aber mehr oder weniger schon weiter in diesen, ja, sowjeten Nostalgismus, ist ja auch so, wenn wir schon bei der Ukraine sind, und Weißrussland ist ja eh, wir sind ja eh Best Buddies, was ist eigentlich mit dem Baltikum, das darf schon Fragen gestellt werden, was ist eigentlich mit dem Baltikum und Kasachstan, und eigentlich könnten wir uns das auch noch wiederholen, dann machen wir Sowjetunion 2.0, das wäre schon geil. Aber diesmal richtig. Aber diesmal richtig. Ohne, dass alles kollabiert. Es wird halt ein komplett abgestattetes System, die wollen sich dann noch mit den Chinesen noch zusammentun, also das ist dann, ich habe es neulich gehabt, dieses Thema geht schon in die Richtung rein, Dogenismus ist halt diese Multipolar World Order, geht halt als so Gegenpart zum Westen, deswegen finde ich das immer lustig, wenn ich das so sehe, so AfD hat so starke pro-russische Sympathien, wo ich mir dann denke, okay, die Mehrzahl deren Wähler würde es nicht so gefallen, was so in Russland jetzt abläuft, mit diesem ganzen Sowjet-Hurra. Sollen sie alle machen, aber sie sollen mich damit in Ruhe lassen. Ja, also das ist halt, das kannst du halt so lange machen, bis es halt an deine Tür klopft, weißt du, wie ich meine. Das ist halt ein sehr interessanter Ansatz, würde auch funktionieren, wenn wir halbwegs, sag ich jetzt mal, auch diese Selbstverteidigungsrechte hätten, wie zum Beispiel Amerika, da kannst du sowas halt machen, weil get off my lawn, you fucking call me. Und du hast die entsprechenden Mittel, dich zu verteidigen. Ja, also du kannst es halt machen. Und das ist halt auch gesellschaftlich akzeptiert, das hast du halt hier nicht. Und deswegen, so Libertarismus funktioniert halt in einer Gesellschaft, wo es keinen Druck gibt, dich halt anzupassen, wo du halt mehr oder weniger machen kannst, was du willst. Das hast du halt, wenn du jetzt in fucking Iowa in der Mitte von nirgendwo bist, ja mach doch, was du willst, wer will dich denn aufhalten? Die FD-Ding? Sagt das nicht, es gibt so ein Interview mit so einem Typen in Kanada, der da irgendwie einfach so in so einer Bergkütte gelebt hat und irgendwann kamen Hubschrauber an mit so Regierungsbeamten, die gefragt haben, wer das ist, was er hier gemacht hat. Aber das ist Kanada, Kanada ist nicht Amerika. Ja, ja. Kanada geht auch langsam so in diese Richtung dystopian hellhole unter Trudeau. Musst du überlegen, British Columbia, der Inbegriff von liberal, selbst die wählen jetzt die verdammten Konservativen, weil die keinen Bock mehr auf Trudeau haben. Keiner hat mehr Bock auf Trudeau. Weil der so verkackt hat, so hart verkackt hat, hat Kanada an den wirtschaftlichen Abgrund geführt und der sagt sich, ja, ist alles gut, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich glaube, das könnte mal Thema sein, ich überlege, ob ich ein neues Podcast-Format mache. Es gibt nämlich ein paar Leute, die eher so linksorientiert sind, mit denen man aber reden kann und ich habe mal überlegt, ob ich mit denen quasi so ein, ja, so ein Polit-Talk mache, so ein bisschen. Die Jerome-Show. Ja, aber die sind halt eher links, also ich will mal gerne mit Leuten diskutieren, weil es ja immer nicht möglich ist, die so ein bisschen left-leaning sind. Aber vielleicht erzähle ich mal irgendwann anders dazu, das passt jetzt vielleicht auch nicht so 100 Prozent hierher. Ja, da wir jetzt schon bei zwei Stunden 40 sind, würde ich mal sagen, dass ich gerne die Verabschiedung einleiten würde. Es gab nämlich noch eine Frage von Lars. Die Verlassung einleiten, Herr Zattler. Von Lars, da müsstest du noch privat quatschen, Lars, ich verstehe die Frage nicht ganz, was du da meinst. Lass es mal privat klären. Da geht es um eine Frage, um... Ich finde das schön, du gibst Roman Töppel ein. Roman Töppel ist ein deutscher Historiker und Autor. Bekannt wurde Roman Töppel als Mitherausgeber von Hitler, mein Kampf. Und dann hört das einfach auf, weil Wikipedia, das ist ja nur dieses über den Dings, weißt du, wenn du bei Google halt eingibst, dann kriegst du ja so einen kurzen Ausschnitt. Aber das hört halt auf bei Mitherausgeber von Hitler, mein Kampf. Mann. Okay, ihr lieben Leute, ich bedanke mich sehr, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Ihr werdet dann die nächsten Tage mal hören, was wir so als nächstes planen. Ein paar Sachen habe ich ja schon aus sich gestellt. Es wird auch wieder eine Umfrage kommen, die ich dann vorbereiten werde. Ja, damit bedanke ich mich ganz fürs Zuhören. Warte, eins noch. Ja. Eins noch. Terbia Freibacher sagt sattgetrunken heiße Sitt. Aber dieses Wort benutzt niemand. Es geht immer auch darum, ist es gesellschaftlich akzeptiert. Wird das benutzt? Dieses Wort gibt es zwar, aber es wird nicht benutzt. Satt heißt Sitt. Ne, habe ich auch noch nie benutzt. Noch nie benutzt. Das kenne ich überhaupt nicht. Weißt du, es klingt so was, was wir im Norden sagen würden, aber überhaupt nicht geläufig, der Begriff. Also zählt es nicht. Es gibt kein Wort, weil es nicht angewandt wird. So, ich fasse mal zusammen. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Die nächsten Themen, die werdet ihr hier auf Instagram und eine neue Umfrage wird es geben. Das werdet ihr alles mitbekommen. An dieser Stelle sage ich, danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, dass wir Mist erzählt haben, was durchaus passieren kann, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Dann können wir da über die Themen weiter diskutieren. und eventuell muss es ein paar zwei geben, wo wir nochmal über die neuen Informationen reden. Aber wir haben unser Bestes versucht. Ja, damit sage ich an dieser Stelle, schönen Restabend und bis zum nächsten Mal. Metal off.